Tatsächlich stimmt das, huch, also ein bisschen laut hier, tatsächlich stimmt das, wir haben alle einen Ohrwurm von diesem Song, warum ist mein Mikrofon denn jetzt auf einmal so laut? Sekunde, ich war schon lange nicht mehr hier, ich muss erstmal wieder gucken wie das funktioniert, Moment, huch Ich kann doch gerade keine Alerts lesen, vielen Dank für den Follow, Moment Soundsystemsteuerungen So, jetzt habt ihr bis dahin erstmal gute Musik, Moment, da ist es, Eigenschaften Wow, danke für die Ich bin nicht gemutet, ich bin zu leise eingestellt Test, 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 test was ist denn jetzt da los test 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 jetzt das halt total doof ja wenn man wenn man vorher seine ganzen einstellungen macht und dann startet man obs 9 alles ist weg so jetzt hallo das ist nicht carry me over wie ging das alles wieder hier ich habe ganz vergessen wie das ging hier und dann wo ist denn hier titel zum playing weg damit funktioniert heute nicht so jetzt erst mal hallo 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 korps hallo panda hallo 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 david hallo ja aber auch nur weil ich weil ich wollte dass ich mich nicht die ohren weg baller ich hoffe jetzt passt alles so ist auch der abstand schön gut hallo ja warum bin ich hier werdet ihr euch fragen ja tatsächlich bin ich nur deshalb hier weil es bahnstreik ich kam heute leider nicht zu meinem termin und da ich jetzt gerade annähernd irgendwie so ne so bin wie ich bin dachte ich mir halt so hey könnt ihr mal gucken ob mein twitch account noch geht ja und jetzt bin ich hier und dachte ich guck mal wieder in der live stream beach volleyball rein weil tatsächlich ich feststellen musste da ist der text auch falsch weil ich tatsächlich feststellen musste so m ja ja so ne ihr wisst schon aber jetzt habe ich den zwischenfaden verloren geht schon los ja ach so ja weil ich feststellen musste dass hier auf youtube ja auf meinem youtube kanal dass irgendwie ihr so fleißig der live extreme beach volleyball guckt warum weiß ich nicht so genau aber ich finde das gut also müssen wir da mal wieder reingucken ja ja das voll blöd weil ich glaube den streik hatten sie gestern morgen oder so angekündigt und hatte ich ja relativ schnell mit ihnen kommuniziert und dann meinen die auch schon so ja wir können den termin halt nicht absagen also wir können den auch nicht verschieben und so dann dann wird die die hälfte der behandlungskosten wert dann wäre dann fällig und ich denke mir soll ich fliegen oder was soll ich tun ja ich kann ja nicht fliegen das wäre ja wäre viel zu leicht ja und dann stand ich heute morgen auto habe ich keins führerschein auch nicht taxi kostet 275 euro nach heidelberg von hier freunde welche jan kannst du mal eben vorbeifahren ich komme nicht nach heidelberg ja ich bin in zwei stunden da wenn wäre es nicht einer deren aufgabe mich dort hinzufahren und habe ich bei denen angerufen aber gesagt so also erst habt ihr mich drei monate nicht kommen lassen wegen corona dann habt ihr zwei von meinen termin kurzfristig von heute auf morgen verschoben und jetzt habe ich einmal das ding genau noch mal 275 zurück könnte ich ganz kurz wieder erwähnen dass eine langstreckenfahrt von hier nach frankfurt flughafen wirklich nur 90 euro kosten würde dorf ist furchtbar wo wartet eine sekunde ja das ist billiger als alles andere dabei ist heidelberg die halbe strecke fragt mich nicht ich habe die preise nicht gemacht ich habe zwei taxi unternehmen telefoniert ja und bahn die bahn hat dann halt auch so gesagt so ja das ist halt mit unser problemsticket erstatten wir ihnen gerne ja aber das andere das ist nicht unser verschulden einigen sie sich mit ihrem kosmetikstudio ja und jetzt habe ich den halt auch mein latein gesagt bin mal gespannt ob deine rechnung kommt jetzt hätte ich freitag wieder einen termin was wahrscheinlich auch wieder nicht funktioniert weil die ja anscheinend sich nicht einig sind ob sie bis donnerstag oder bis freitag streichen aber anyways wollen wir mal gucken ob das ob das spiel noch funktioniert so jetzt weiß ich natürlich wie immer nicht ob es zu laut ist zu leise guck mal erstmal gleich jetzt bin ich halt hier und dachte ich stream für euch da vielleicht sehen wir uns auch später bei der crew dann weil dann bin ich ja zu hause tatsächlich macht mich halt traurig macht mich halt traurig aber kann man halt nix machen kann man nix machen muss ich aber lang heute ist aber schön dass ihr alle da seid so gucken wir mal was sich so verändert hat ich habe es nach langer zeit tatsächlich zum ersten mal wieder gestartet also ich okay ist ein bisschen laut auch auf meinen ohren so jetzt müsste es besser gehen hey das ist furchtbar ja also das stand ja nur beeinträchtigt ja und ich war halt ununtertrieben ja weil ich dachte ja lieber nicht zwei stunden zu früh da als zwei stunden zu spät ja ich stand ab sieben uhr nachdem ich drei stunden geschlafen haben um sieben uhr stand ich am bahnhof jeder einzelne zug stand da dass er fährt dann stehst du da kaufst dir dein ticket weil da steht dass er fährt nur mit einer minute verspätung in der app ja kaufst du das ticket erstmal ging deren uhr sechs minuten vor nach und immer dann wenn ein zug gekommen wäre zwei minuten später kam dann kommt fünf minuten später kommt zehn minuten später kommt 15 minuten später fällt aus dreimal und als dann im prinzip das zeitfenster in dem ich ankommen in dem ankommen müsste so also wirklich knapp wurde habe ich bei denen angerufen habe gesagt leute ich sitze jetzt seit drei stunden am bahnhof was soll ich machen ist ja nur beeinträchtigt ja nicht ist komplett erlegen wurde sogar von einem der busfahrer schon irgendwie da selbst der hatte schon mitleid mit mir ja schlimmstenfalls in 200 euro auf der rechnung oben drauf oh das ist wohl neu oh dieses video contains illustrative content hi twitch mhm das ist ja ein hübsches outfit na aber lassen wir das also please don't judge me ja ich habe hier keine freunde das ist eines der hauptprobleme wenn ich vielleicht licht anmachen soll gibt geld so oder geht hier gleich richtig rund stimmt was für ein event läuft eigentlich das muss man es gleich angucken im moment hey bisaki lange nicht gesehen und gleich mein lied ich freue mich so was haben wir denn hier ich weiß ihr könnt es nicht sehen patty special day ich habe diesen song vermisst hat die special day login bonus ssr ticket ganz schattige 10 trendy ticket 10 und man begann das ach verdammt wenn die frauers present bonus ja wir lassen uns das event gleich erklären glaube ich ja da müssen wir uns gleich mal umgucken leute ja ja ich weiß ganz viel special das nostalgisch set ist 21 8 oder haben wir ein outfit verpasst leute macht mich schwer traurig macht mich ganz 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 traurig man merkt ich habe mich lange nicht mehr eingeloggt oh ah jetzt sind wir bei dem event notification ding sie ist 11 8 bis heute wir sind beim event start direkt dabei ja ich weiß das hätte so ziemlich jeder irgendwie gemacht aber das ist halt das problem dass hier nicht dass ich hier weit vom schuss weg wohne oh leute wir dürfen wieder pool hopping machen oh nein wieder das pool hopping roulette und ja ich habe es doch verstanden ja kauf jules ja aha endlich oh gott post ähm thank you 1700 12700 ja 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 ich muss mir direkt den wichtigsten punkt anklicken ja gotcha leute das ist aktuell das das event outfit ja also ist jetzt nicht mein king aber ich habe vier ssr tickets mhm 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 und 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 also die die in und 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 nur also Ich weiß gar nicht, wen wir heute brauchen und wen nicht. Da warten wir mal gerade noch mit der Lessen. Okay, ein Free-Gadja haben wir ja, ja. Ich hätte 15 Trendy-Tickets, aber ich will dieses blöde Outfit nicht. Ich will das nicht. Komm, Ima is free. Let's see. Oh, hi. So, Leute, lasst uns ganz schnell ziehen. Jetzt geht's los. Also, wir haben ein Ticket hier und das... Let's go. Na? Hitomi? Das ist schon ein fetziges Outfit. Nehme ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert mit dem... Mit dem Leveln... Ach, hi, Nye übrigens. Ich hab dich gar nicht begrüßt, tut mir leid. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles funktioniert. Ähm... So, und hier haben wir vier Stück. Jetzt scheppert's gleich viermal SSR, wuhuuu. Nyo Tengu? Ich hab noch eine Mary Rose bekommen. Nyo Tengu? Nyo Tengu? Hm... Ich hätt sie einzeln machen sollen. Nö, na... Nö, na, nö. Nö, na, 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 na. Nö, na, na, na. Nö, na. meine jewels mal noch auf so wie ging das denn hier nochmal nach gold oh gott wo habe ich den denn hier ach so ich habe die noch gar nicht abgeholt musste die doch mal abholen ok was war das denn limit break oder skill awakening das ist das outfit genau da könnten wir jetzt nochmal wann hatte ich denn so viel limit break kristalle gekriegt uiuiuiui m den hier muss ich entlocken ging das nochmal hier mit umschalt dann kann ich den da da rein fügen genauso wie ihn da richtig und den da kann ich mit dem da zusammenfügen kostet das nicht unglaublich viel geld ich weiß das alles gar nicht mehr habe ich zweimal new tengu so jetzt muss ich das wiederfinden das hier ist die basis das hier ist das was wir da rein ballern was heißt denn dann das sternchen an dem ok dachte nur ja dann dann ist das richtig mein technik plus 40 das kann wohl nur richtig sein ok so wo hatten wir noch was doppeltes ich habe das doch entlockt oder nicht nee das jetzt nicht warum war ich so unklug ich habe die doch entlockt das da mit dem da so jetzt müssen wir und dann muss das da weg hier können wir auch noch genau hier mit dem da oh da werden wir schon drei von fünf uuuuuh wie ich spaßig mit meinen crystals umgehe so und der da kann auch mit dem da sonst war nichts mehr doppelt ne please don't break my heart oh sweet baby net was so ein ohrwurm wie catch me ja wir sind ja da in einen ganz tiefen sumpf gefallen ach ja stimmt das hatte ich ja ganz vergessen dass ich die outfits habe wir könnte hier alle zusammen fügen machen wir uns den spaß mal machen wir uns den spaß mal da könnten wir 1 2 3 wir könnten den komplett aufleveln was bringt uns das theoretisch auch bis 5 minus 20 vielleicht kriegen wir einen keks dafür dass wir es machen oh oh potential unlocked ja ich sag doch vielleicht kriegen wir einen keks dafür also können wir dann wenigstens mal die weg ballern die wir halt in der theorie oder sind so viele das können wir später machen aber ich glaube mit einem mit allen ssr outfits bin ich jetzt durch jetzt müsste ich aber glaube ich das outfit von mary rose ähm barry t müsste ich jetzt nicht mit dem outfit von mary rose oh das habe ich ja auch noch ähm woher sieht denn die marie da guck mal da können wir auch noch upgraden das heißt wir hätten das da noch upgrade und zwar rarity wisch 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 Ich hab mein Outfit verloren Ach da Ich hab da noch so ein paar Kristalle Ja, wir gönnen uns Es könnte sein, dass das Outfit ein bisschen stärker wird jetzt Mit den Potentials dazu wird das bestimmt ganz großartig So, wer ist denn überhaupt momentan gerade in unserem Team? Weiß man das? Wo? Irgendwas passiert Ui Wer ist Sayuri? Luna haben wir glaube ich auch noch nicht Ja gut, die kennen wir ja Alle mit Krankenschwesterfetisch kommen jetzt auf jeden Fall auf ihre Kosten Swimsuits Ja, ja Ichóm nicht Ich höre dir überhaupt nicht tennis Ich höre dir Ich bin touch in the patients body mag den fokus auf dem knopf da mag den fokus auf dem knopf sie sind mir definitiv zu grabbi gerade ich fühle mich unterdrückt wir müssen aufpassen so genau misaki erklär uns das mal silver metal coins die band shop you'll find hopping roulettes ja 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 hopping roulettes to play advance on stages softening oil ex wer braucht denn medical exam furniture ich muss wohl doch ja okay dann versuche ich mal mein glück ich habe 15 tickets vielleicht kriege ich ja eins zumindest das von honoka oder so ich meine ich muss es ja nicht einblenden was sie trägt na klar wenn es ihr outfit ach man ich habe es versucht aber ich will jetzt nicht meine ganzen trendy tickets wegwerfen weil wahrscheinlich kommt danach ein super schönes outfit nach dem nach dem event und dann ist doof so mal sehen so wie war das denn hier nochmal man kann hier das dann machen ich lasse einfach mal best girls drin i guess oh hier momo pion hilft mal gucken wie weit ich komme dddd gucken ob ich das noch kann gerade zeiten sind spannend Ach ja, stimmt. Ich habe sie im Partnerlook gekleidet. Das habe ich fast vergessen. Ja, das sollten wir Haus hochgewinnen. Mal erwartungsgemäß. Kling. Jetzt müssen wir ja aufpassen, wir kriegen ja Metal Coins. Ja, es wäre wahrscheinlich viel, viel besser, wenn wir jetzt halt die Outfits hätten. Stimmt, da war ja was. Die Dinger gibt es ja auch noch. Das heißt in der Theorie... Ja. Machen wir das erstmal. Und danach gucke ich mal, was ich tun kann. Hm, hm, hm. Ich erinnere mich so langsam wieder an die ganzen Ohrwürmer. Ich erinnere mich. Das Schöne ist, wir können ja auch einfach jetzt über Gott und die Welt quatschen währenddessen. Das bietet sich ja an. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, bewerft mich. Ich müsste mal gucken, ob ich noch irgendwelche Outfits habe, die irgendwelche Fever-Skill-Geschichten triggert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles funktioniert. Ansonsten erwähnte ich es bereits, 12 Monkeys ist eigentlich eine ganz coole Serie. Ich gehe mal gerade gucken. Ja, machen wir das mal so. Wenn du so fragst, blau. Blau. Die, 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 die. Ah, jetzt, äh... Musste ich ja halt Mary Rose austauschen. Das macht mich sehr traurig. Aber damit müssen wir momentan leben, glaube ich. So können wir uns an den Bällen von Honoka ergötzen. Also, die sie übers Netz schlägt. Ich weiß, ihr wieder denkt. Ferkel. Dann sammeln wir nämlich mal ein paar Münzen, dass wir uns die Roulette kaufen können. Roulettes? Was nennt der Plural von Roulette? Raclette. Ich find's übrigens ganz toll und niedlich, dass ich so viele Herzchen bekomme bei V2B. Dankeschön, falls das irgendwer sieht von euch. Das Schöne ist, ich kann wieder meine Klickarbeit nebenbei machen, das ist ganz toll. Ich habe gehört, wir stürzen uns relativ zeitig nochmal in die Miracle-Tunes. Ganz bald. Damit ich die Menschen, die jetzt auch meinem Aileen-Schaut-Kanal irgendwie folgen, komplett den Kulturschock verpassen kann. Ja, oh, jetzt so ein Yes-Törtchen. Also ich würde halt sagen, mein Team ist etwas übertrieben stark aktuell. Aber gut, ich meine, ist ja auch Ehrang. Ich hätte jetzt auch Lust drauf, ja. Ich hätte diese Weber-Lise, also diese kleinen Schokoküchlein mit Sahne drin und so. Man merkt echt, Hide war zu lange mit uns irgendwie in einem Raum. Ich weiß nicht, ob ihr mir das gut getan habt oder eher nicht. Oh Leute, ich wollte unbedingt noch gucken. Ob hier School of Rock oder so bei Amazon Prime ist. Ich würde den gerne mal mit euch zusammen gucken. Wir waren alle zu lange in einem Raum. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wie das bei einem Bash laufen würde. Das ist kontraproduktiv auf viele Art und Weisen. Wir könnten ja mal gucken, was so ein Roulette kostet, ja. Wenn wir das finale Match hier im Ehrang gemacht haben, gucken wir uns das mal an. Muss ich dafür einen Rock tragen? Ähm, nicht zwangsläufig. Es sei denn, du stehst in der Nähe einer Rennstrecke. Dann musst du einen Rock tragen, weil dann bist du Rock am Ring. Dann musst du einen Rock tragen, wenn du einen Rock trägst. Dann bist du, Achtung, Rockstar. Rock, Rock, Rockstar, mein Darlene. Alles schwierig heute, ihr merkt schon. Und dann so? Ich kann euch übrigens gar nicht sagen, wie sehr es mich stört, dass ich überall momentan dieses SSL-Problem habe, ja. Ich hoffe, Dominik kommt ganz bald vorbei, dass wir uns der Sache mal annehmen können. Ist alles furchtbar. Aber noch läuft es ja gut für uns. Gab es eigentlich irgendeinen Grund, warum ich mit Mary Rose und Misaki gespielt habe, außer dass es Misaki und Mary Rose sind? Ja klar meine ich Eli. Wen sonst könnte ich für meine Weltherrschaftspläne rekrutieren? Ich bitte dich. Oh. Ich weiß noch nicht, wie ich ihm beibringe, dass unser Video-Server, dass der irgendwie Schluckauf hat. Weil das brauchen wir dann ganz bald für Speedrun-Events und so. Ich streame gerade in einem Rock. Dazu muss Eli nicht da sein. Wir haben auf jeden Fall große Pläne und vieles davon hängt noch davon ab, ja, ob Jan da irgendwas bei seinem Arbeitgeber mit der Location drehen kann. Und dann revolutionäre Speedrun-Events, meine Freunde. Sag's euch. Ich hab ein Roulette bekommen. Ich hab ein Roulette bekommen. So, wo kann ich denn jetzt zu diesem Roulette-Ding gehen? Also zum Pool-Hopping. Pool-Hopping. Gib, 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 gib. Der hat erstmal momentan hat er den Kulturschock vom 18-Plus-Bereich von der Doku-Mii. Lass da mal noch ein bisschen Zeit vergehen. Das erinnert mich dran, dass ich irgendwie immer noch mich irgendwie bei den Rocket Beans melden wollte, muss, wegen, also, Speedrun-Event und so. Hä, ich hab ihm gar nichts angetan, muss ich die Doku-Mii fragen. So, also wie viele Roulettes hab ich denn? Zwei Stück. Zwo. Jus. Oh. Ich hätt gerne das Ticket gehabt. Was ich mich übrigens auch noch daran erinnert, dass ich irgendwann mal vor vielen, vielen, vielen Monaten den Plan hatte, nach Hamburg zu fahren, um mal, äh, um mal, uh, um mal etwas einzulösen, dass, äh, dass Deschi mir irgendwann mal irgendwie in Anführungszeichen versprochen hat. Ich glaube nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es ein Versprechen war, aber hier mit, äh, mit mal bei Rocket Beans hier durch, durch, äh, flanieren. Hm, Schenke, kann das sein, dass du ein Ohrwurm hast? Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja! Ist das Krach gemacht eigentlich? Hm, Ela hat's kaputt. Ela hat's kaputt? Ela hat's kaputt. Sekunde, ich gucke kurz nach Ela hat's. Das kann man ja so nicht stehen lassen. Vielleicht muss ich mich da auch erstmal einmal einloggen. Aber, aber... Ja, Follower hat funktioniert, ist richtig. Aber, ja... Ich hab Bock, Events zu machen wieder. Und ich hoffe, dass Corinna bald weg ist, damit der... damit der Doofkram, ne? Wenn wir's einfach machen können. So, wo ist er denn? Hier, Alertbox. Hm. Sieht alles richtig aus. Hä, warum steht das denn hier nicht drin? Also, das Sub ist ja auch nicht in meiner Liste hier drin, also... Hm. Schrödinger Sub. Ja, ich klicke mal back. Ja, sonst muss hier... Misaki die ganze Zeit balancieren. Ich will wieder ganz viel machen. Oh, Leute, Olympia Studio war so toll. Und jetzt habe ich total den Hype und ich möchte mehr Event-Kram machen. Ganz, ganz viel. Ich hoffe, es ist echt bald vorbei, dieser Doofkram. Ach ja, stimmt. Ich muss mich endlich mal um die Emotes bemühen, damit das endlich mal... Ne? Dankeschön. Geht aber auch schon wieder nicht. Doch, das hat funktioniert. Das steht jetzt auch da unten. Hä? Ja, lustig. Das steht... Das steht drin. Tut das von Stärtchen nicht. Ach, Mann, ist das doof. War oben drüber eine kleine Bubble? Warte, ich kann es dir selber nachgucken. Hä? Warte, ich gehe mal nachgucken. Nein, 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 Infobar, Infobar-Sub. Infobar-Follow. Ich habe jetzt einfach das gleiche, was ich bei der Crew gemacht habe. Ich logge mich einfach ein. Das da. Wir kriegen das alles wieder hin. Ja, es ist einfach viel zu lange her. Wie lange ist es her? April? Fast vier Monate oder so. Und wie ich euch hier warten lasse, ist mir voll leid. Ich muss später gucken, warum das kaputt ist. Es kommt doch keine Bubble. Hm, Moment. Wir können ja mal simulieren. Ich glaube, das ging hier irgendwie. Simulate. Ähm. Ich mache jetzt die Anzeige da unten aber kaputt, ne? Ha? Okay. Also die Leiste unten funktionieren, nur die Bubbles nicht. Der Test hat jetzt funktioniert. Ich verstehe das nicht. Es ist schön, dass wir das zeitgleich gemacht haben. Ja, angeblich funktioniert hier alles. Ich verstehe das nicht. Ich gehe es nochmal simulieren. Es geht einfach nicht. Warum nicht? Mann, das ärgert mich. Ich kann es gerne nochmal testen. Übertreib es nicht. Übertreib es nicht. Ich meine, der normale Sub, der wird mir hier ja nicht mal angezeigt. Ist doch alles doof. Ach, die paar Cent. Wenn du meinst. Halte dich nicht auf. Aber dann muss ich, da muss ich ja hier, muss ich ja gucken, dass das mit den Emotes endlich mal klappt. Macht mir nicht so viel Druck. Auch wenn natürlich aktuell jeder Cent hilft. So, was wollte ich denn? Ja, wir machen erstmal bei den Festivals weiter. Ach, Sternchen. Danke schön. Ich werde mich bemühen. Bei mir, Aichan. Oh, warte. Sternchen, dafür kriegst du den hier. Nope. Vielleicht bei einer Zehner-Sappung. Sternchen. Die können das alle selber. Auch wenn sie keinen Grund dafür haben. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass hier irgendwann Medieval Dynasty, ja, Multiplayer hat und so, ja. Und dann geht's hier richtig rund. Dann bin ich hier nur am Streamen mit dir. Ich kann mich aber nur entschuldigen, dass ich momentan nicht so viel streame. Das ist halt einfach auch so ein bisschen... Konfrontationsangst, kann man das sagen? Weiß ich nicht. Es häuft sich gerade so ein bisschen. Momentan keine einfache Zeit. Aber ich versuche für euch da zu sein. Achso, ich wollte gucken, was ein Roulette kostet. Gut, dass ihr es sagt. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob es einen Grund gab, dass ich mit Mary Rose und Misaki gespielt habe. Äh, Shop. Nimm mir wieder fest vor, sonntags zu puzzeln. Sonst schaffe ich meine 10 Puzzle nicht, die ich eigentlich in diesem Jahr machen wollte. Ich glaube, wir haben eins oder so haben wir gemacht. Ähm... Event-Shop war das, glaube ich. Episode-Coins. So ein Roulette kostet 250. Ja, arbeite mal weiter. 250. Hm. Das bedeutet halt aber auch tatsächlich so, dass ich bald mal vielleicht wieder mal meinen Speedrun-Projekten nachgehe, die ich ursprünglich mal machen wollte. Generell sehr viel eigentlich. Wollte ich machen. Muss ich erstmal einpegeln. Am 24. erstmal Therapietermin und dann können wir über den Rest reden. Wollte ich auch mal machen. Das war's für heute. Ich habe das Gefühl, Honoka freut sich. Schade, dass wir kein Pärchen-Outfit haben für die zwei. Aber oh boy, guck mal. Ganz viele Herzchen kriegen wir. Jetzt habt ihr wieder ein Herzchen vom Namen. Das mag ich. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das dann mit dem Puzzle so richtig mache. Aber weil, ist ja jetzt ein bisschen anders da drüben. Wie ihr wisst. Oh, eine E-Mail. Aha. GMM Games hat wieder gemerkt, dass ich Dead or Alive spiele. Jetzt kommen erstmal wieder die ganzen Angebote zu mir. Ui. Wir könnten ja heute Abend bei der Crew Genshin spielen. Dann komme ich da auch endlich mal weiter. Allerdings muss ich das von hier dann spielen. Im Studio funktioniert momentan noch nicht alles. Ich halte den Finger nach oben und sage, wir könnten. Tatsächlich freue ich mich sehr darüber, dass ich jetzt dieses neue Set habe. Weil dann kann ich... Dann kann ich da halt ein bisschen anderen Kram machen. Das ist, glaube ich, ganz cool für YouTube. Und so. Ich habe ein Roulette. Ja, ja. Gold ist schon... Ist schon länger voll. Und je mehr ihr danach fragt, wann das mit Sunshine passiert, umso länger drücke ich es nach hinten. Weil ihr habt ja nur... Ihr habt ja nur das Goal voll gemacht, dass ich es mache. Wir haben nicht gesagt, wann. Also, ich habe nicht gesagt, wann. Ich brauche die Confidence dafür, Leute. Wirklich. Ich weiß es momentan mit mir nicht einfach. Wann kommt Sunshine nicht? Heute. Und morgen. Und am Freitag. Und Samstag. Sonntag bin ich mir unsicher, aber... Ja, 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 ja. Wer weiß, was die Folgefrage gewesen wäre. Ja, komm, wir gehen einmal hopsen. Please don't break my heart, oh sweet baby. Spiel das heute echt lang. Ich muss mir doch erstmal noch die ganzen Shines angucken und so. Das war die, das war die, das war die Bedingung. Ach so, ja, das macht Sinn, ja. Sonntag kann ich nicht, Leute. Ah, okay. Also, es ist egal, wann ich das mache. Dann mache ich das heute Nacht um fünf. Ich hoffe, ihr seid da. Das ist halt totale Verschwendung von dem einen Roulette gewesen. Wegen dem einen Hopsala. Oh, deine Eins. Das wäre toll. Er konnte aber nicht irgendwie nachgucken, was auf dem... Was auf dem Weg liegt. Man kann das nicht mehr. Geht dann vielleicht nochmal ein Roulette? Das wäre toll. Das ergibt Sinn, ja. Oh. Das trifft sich ja gut. Ich hätte mal gucken sollen, was meine Aufgaben sind. Ja, da brauche ich gar nicht... Da brauche ich ja nicht gucken. Das kriege ich ja alles nicht mehr vor. Ein Coupon. Für einen Coupon. Wir gehen an den Strand, Bro. Wir sind am Strand. Das ist immer noch ein Problem, glaube ich. Guck mal, jetzt haben wir schon 14.800 Erbuchschuhe. Ich hatte vorhin eine ganz coole Idee wieder mit Bo hinten. Warte. Also mit Bo im Namen. Vielleicht komme ich da gleich wieder drauf. Das ist genauso wie, was ist ein Bo, der nicht wirklich da ist, aber doch irgendwas tut. Ein Placebo. Let's walking on Sandstrand. Uh, Piz. Dankeschön. Das ist jetzt aber auch nicht bei dem... Normalerweise müsste bei dem Donation-Ding... Müsste jetzt so hochploppen, das 25 Wits. Oh. Ist es tatsächlich passiert? Was soll das denn? Mann, ist alles kaputt. Das ganze Layout ist einfach böse, dass ich so lange nicht gestreamt habe. Ich will jetzt auch mal noch nicht so viel versprechen, aber ich habe bald YouTube-Content für euch. Wieder und so. Ich meine, das kennt ihr alles von der Crew schon, bis auf eine Sache. Aber ich bemühe mich. Noch eine Beute? Macht sowas nicht. Es ist ja sowieso komisch, dass im Tippie-Backend das ja irgendwie sowieso nicht alles richtig steht. Das verwirrt mich total. Es muss endlich nativ was von Twitch kommen, damit man das gescheit abkrabbeln kann. Oder ich nerfe Eli nochmal so ein bisschen. Ich frage Boa, ob er mir Odama ausleidet. Ich mache ein Let's Play draus. Zur Boote. Was ist süß zum Nascheln und kommt in vielen Geschmacksrichtungen? Natürlich etwas von Haribo. Können wir bitte damit aufhören? Das geht schon in die belastende Richtung. Das ist genau wie als er da... Ne? Also, Boa ist ja mittlerweile so alt. Der hat ja früher schon gelebt. Ja? Und im Wilden Westen, da war er halt auch Bonanza. Daher kommt das auch. So, mal rein und kurz gucken. Habe ich noch Mod-Status? Da wurde ich schon gekickt. Ist der Boa echt zu haarig? Das weiß ich nicht. Laut eigener Aussage mangelt es ja an einigen Enden schon an Kopfhaar. Was ich nicht unbedingt komplett nachvollziehen kann, aber wird es schon wissen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir damals immer so viele Punkte hatten zum Spielen. Ich bin freudig. Weißt du, stellen Sie sich, was mich interessieren würde, ja? Die Subs werden ja nur anhand der... Werden ja teilweise anhand der Activity berechnet, ja? Was passiert eigentlich, wenn du... Also, wenn... Alle aktiven Leute einen Sub hätten? Was passiert denn dann eigentlich? Bobel. Das war noch Zeit. Ah, die ist hier auch, ähm... Hier, äh... Man kennt ja auch hier diese kleinen, runden Naschkäse. Die Bobibel. Ba-ba-ba-bo-bo-bi-bell. Bekannter Song von Queen, übrigens auch Bohemian Rhapsody. Können wir bitte damit aufhören. Irgendwann ist das nicht mal cool. Ich hatte irgendwas ganz Lustiges heute Morgen, als ich hier aufgestanden bin. Ich dachte mir, oh, ja, das muss ich später schreiben. Jetzt habe ich es vergessen. Wegen diesem ganzen Zugstress. Ich meine, es gab... Es gibt ja auch dieses ein Instrument, ja? Das ist ja auch... Das ist ja auch nach Bo benannt, ja? Und, äh... Der hat ja eigentlich damals, ähm... Das Spielen darauf perfektioniert, ne? Die Oboe. Nee, DJ Bobo, der ist alt. Die Oboe. Ja, also, alles ganz wichtig hier. Bogen schießen. Oboe. Und viel zu wenig Aktivität. Follow, kein Follow, komplett random. Ja! Der Strand auf den Strand. Stimmt. Bohemian Rhapsody. Sekunde, geht gleich weiter. Genau, Bogen schießt. Ach so, die kleinen Events haben nur... Haben nur drei gebracht. Um Gottes Willen, ich dachte schon... Das ist wirklich... Das wäre ja brutal. Da hat 250 zusammenzukriegen. Boah, sechs Missionen abgeschlossen. Ja, was heißt hier? Chicken Nuggets? Boah, jetzt so Nuggets. Sag euch, hätte ich gewusst, ja? Was mich heute erwartet, bahntechnisch. Ja? Also, dann hätte ich Bo sicherlich gefragt, ob ich... Ob ich wieder in der Rumpelkammer schlafen kann. Lass mich poolhopping. Okay. 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 Ah ja, hier ist es. Expertenkurs, oh boy. Ja, die Tickets werden halt cool. Mit zwei komm ich nicht weit. Hey, ein Wolkenau. Hui. Ja, großer Kristall nehme ich gern. Aber irgendwie wäre mir der andere Kram durchaus vielleicht doch ein klein wenig lieber gewesen. Ja, die Chirs stehen drin und die Saftgips. Die Saftgips. Die Saftgips, die stehen drin. Aber das normale, der normale Saftgips steht nicht drin. Das ist ultra komisch. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Jetzt liegt hier auf der Strecke nichts mehr Gescheites. Hm. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Ich habe nur das Event, ne? Vielleicht habe ich gar nicht gesagt, sondern Manuel Neuer. Das würde tatsächlich Sinn ergeben. Ach ja, stimmt. Die Event Rewards, die gibt es ja auch noch. Ich habe alles über dieses Spiel vergessen. Ich habe alles über dieses Spiel vergessen. Alles. Zeitgleich. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass du irgendwas getan hast, Sternchen. Ja klar, bist ja auch der Chef hier. Ich meine, an sich ist es ja gar kein Problem, mich hier hinzusetzen und einfach den Ström anzuschmeißen und so. Aber ich kann nicht erklären, was da momentan das Problem ist. Vielleicht liegt es an mir. Wahrscheinlich liegt es an mir. Vielleicht werde ich mir selber zu viel Versprechungen machen und dadurch auch euch zu viel Versprechungen weitergebe. Ich darf auch hier jetzt nicht mehr so lange machen, ja, weil sonst kriegt Ärger von dem Stern. Ja, weil der, der möchte noch hier Verwandleidels gucken. Ist überhaupt der Pfirsich da? Oder das, ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Kann Momo dir vielleicht irgendwie so einen Avatar bauen, der einfach so eine Art Stern ist? Ja, den ich einfach irgendwo da oben so hin platzieren kann. Mit dem ich dann so reden kann. Das wäre ganz lustig. Ist auf jeden Fall nicht so, nicht so angsteinflößend wie der Mond von, 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 vom Bär im blauen Haus. Noch keine Sichtung. Dann behalten wir diesen Ström mal bei. Musst du Momo mal fragen. Ich bastle einfach selber einen komischen Sternenblender. Event. Oh, guck mal, 10. Title Surprise. Ich weiß immer noch nicht, wer Patty ist. Please don't break my heart, oh sweet baby. Ich meine, es ist wie immer, es ist wie immer das spannendste Spiel, das man streamen kann. Auch wenn ich sagen muss, ich habe hier noch ein paar Indie-Titel, die ich gerne mal ausprobieren wollen würde. Also, okay. Also, ich gehe mal ausprobieren. Ich gehe mal ausprobieren. Ich gehe mal ausprobieren. Ich meine, wir könnten die Matches natürlich skippen, aber das wäre ja Gotteslästerung gegen lebende Menschen. Dann kommen die Views und gehen wieder. Ja, das wäre möglich. Können wir aber mal machen. Ich glaube, das ist etwas, das kann wie Aileen ganz gut machen. Jetzt hast du dir ja Echo angeguckt, die Tage wieder. Taucht das mittlerweile wieder was? Für einsame Stunden? Hat das Spiel schon immer erklärt, wo man die Items herbekommt? Ich hatte zwar zwei Minuten drin und hatte dann keine Lust mehr. Lass mich raten, wegen Arachnophobie. Seit wann ploppen Missions-Clear-Dinger auf. Wow. Das ist neu. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Schule brennt. Aber gegen den FP-Trank habe ich ja auch nichts. Ja, ein Upgrade festmachen, sehe ich nicht. Sehe ich momentan nicht. Du, das kann ich verstehen. Es war damals einfach eine ganz andere Situation. Die, 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 die. Die, 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 die- ich mache. Keine google. Echte-Ach Gericht? Okay. Moment, habe ich das in zweimal eingefügt? Ja, okay, das ist da natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das ist halt die Herausforderung. Aber vielleicht sollten wir uns wirklich mal so ein Großprojekt vornehmen, Herr Stern. Ja, so ein großes Einkaufszentrum. Eine Tuketower kann es mit dem Ding nicht bauen. Messezentrum. Tatsächlich ist es doppelt vorhanden. Sekunde kurz. Ja, natürlich müssen wir wieder den ganzen Prozess durchlaufen, damit wir es halt auch machen können. Sagt mal, noch mal aus reinem Interesse. Hat jemand von euch schon irgendwie gute Erfahrungen mit Xing und oder LinkedIn gemacht? Bringt das was? Finden einen dann da Leute? Würde mich echt interessieren, weil ich bin langsam doch ein wenig verzweifelt. Ich meine, als Transmensch ist es sowieso schwierig, irgendwie berufstechnisch irgendwas zu machen. Momentan liegt ja die Selbstständigkeit noch so ein bisschen brach. Das ist ja durchaus problematisch. Und dass ich zumindest überbrückend irgendwie Möglichkeiten hätte. Ja, und ich weiß, keine Ahnung, Fiverr könnte ich machen, aber was biete ich denn bei Fiverr an? VoiceOver? Also, ob jemand bei Fiverr nach VoiceOver-Kram kommt. Würde mich halt einfach mal interessieren. Doch diese komischen Scout-Leute, die da rumgucken. Aber das ist es halt. Man liest immer sehr viel. Aber genau dabei bleibt es auch. Ich meine, mit meiner Webseite komme ich ja momentan nicht ganz so weit. Wir müssen die Leute ja erstmal finden. Wir müssen die Leute ja erstmal finden. Das war's für heute. Kling Das ist genauso wie das Ding Wie mache ich denn gescheit Werbung für mein Unternehmen Das ist halt alles irgendwie Ich versuche ja schon irgendwie so gut es geht irgendwie digital schon digital irgendwie vertreten zu sein, aber gefunden werden ist halt das Ding hinten raus Schön, wenn Playboy versucht Daran arbeite ich noch Sobald der HRT beginnt lasse ich mir das hier tätowieren Ja, dann bin ich E-Girl mäßig unterwegs dann klappt das bestimmt Dann abonnieren bestimmt zwei liebe Menschen meinen Onlyfans oder so E-Bistia-Bistis Oh stimmt, ich wollte noch nach diesem Yamhan Bundle gucken, was gerade bei Humble Bundle ist. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Falls ihr Baugeräusche hört und ich irgendwann was auf den Kopf kriege, dann liegt das daran, dass scheinbar hier gerade Dinge gemacht werden. Und mir hoffentlich nicht die Decke auf den Kopf fällt. Na guck mal, was geht jetzt hier mit den Silberdingern geht es jetzt hier ganz gut. Ah, Trendy Tickets hier wieder gekriegt. Und ich kriege hier schön die Herzchen, damit ich gleich eventuell noch einen Zehnerpull machen kann. Eventuell mache ich einen. Es ist nicht, dass ich dann irgendwas rauskriege, aber... Posch abholen. Zehner, kannst du schon... Ja, ich weiß. Aber du weißt doch, wie es ist, ja? Immer schön sparen. Es ist ein spannendes Pantel. Es ist interessant, was da drin ist. Es ist gerade irgendwie vor, als ich nahe gucken sollte, ob die Crew eigentlich schon irgendwie irgendwas gekriegt hat von dem Humble Bundle Zeug. Da hatte ich es dann gesehen. Und dann wollte ich mich daran erinnern, dass ich das unbedingt noch holen wollte, aber... Money ist tight. Ja, hier Final. Aber noch ein bisschen Schonfrist hier. Unsere Werte sind ganz okay. Unsere Werte sind ganz okay. Besonders Sieg-köAP. Das ist alles flob totally. Ja, hier lecker. Wait, dir beherr sind großartig. Was ich richtig gewinnigt? Ich befehl so lange. Der Track hört sich immer so an, als wäre es irgendwie ein Song aus dem Tekken 3 Soundtrack. Ich habe mir übrigens überlegt, ja, dass, ähm, wir hatten ja in letzter Zeit halt im Prinzip die ganze Zeit, ähm, bei der Crew Sachen für mich in Anführungszeichen. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir Donationen sammeln würden für ein, für ein Retro-Tink 5X, damit er bei uns coole alte Retro-Spiele zeigen kann. Vielleicht lässt er sich dann, vielleicht lässt er sich dann lumpen und macht, nimmt noch einen dritten Stream dazu. Oh, das, ich fühle mich immer so schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich shende ihn wirklich komplett. Ich schlage, ich schlage über mein Maß. Oh, joi, joi, joi. Okay, gut, bleib bei 2. Wenn dann auch Nachtschicht, okay. Okay. Damit kann ich leben. Also ich kann damit leben. Ja, das Ding ist halt schon, also, ihr seht ja, wie der Capture-Kram momentan so aussieht, ja, von, von dem Retro-Zeug, schwierig, ja. Und, ähm, ich erinnere mich daran, dass mich Momo, wann gab es, gestern oder so, angeschrieben hat und meinte so, hey, du Dead, guck mal. Und das ist jetzt ein Amiga 500 Mini angekündigt. Und da habe ich mich wieder daran erinnert, dass wir sowieso irgendwann mal ein bisschen mehr Retro-Kram machen wollten, ja. Also, das wäre ganz cool. Ich weiß nur noch nicht, also, ich müsste dann mal langsam diese neuen Pausenscreens fertig machen, ne. Das wollte ich ja eh nach Olympia machen. Jetzt steht ja schon wieder Tetris an, ne. Ähm, damit da halt mal ein paar mehr Informationen da stehen und dann gucken wir mal, dass wir das, dass wir das sammeln. Ich meine, das sind, das sind 275 oder 300 Dollar, das ist schon, ne. Und ich hoffe, dass ich auch demnächst eure Needs für Dance Dance Revolution befriedigen kann, weil dafür habt ihr ja gespendet bei der Polenplatte. Und ich habe langsam auch alle, fast alle Songs wieder zusammengezogen, die ich eigentlich wollte. Also, ja, das heißt, da könnte es dann doch gut möglich sein, dass wir nächste Woche schon anfangen. Aber momentan will ich ja auch fünf Sachen gleichzeitig, wisst ihr? Das ist ein Problem. Ich will euch ja schon mehr geben, ja. Vielleicht kriege ich sie auch irgendwie mal wieder in diesem, diesem Rhythmus hin, dass wir hier mittags streamen können und dann, also hier streamen können und abends dann bei der Crew. Das ist eigentlich mein, mein großer Wunsch. Ich würde gerne samstags immer ganz gemütlich meine YouTube-Aufnahmen machen. Die würde ich dann gerne in einem Sub-Only-Stream machen. Also, das ist A, dann ein Anreiz für, für, das ist ein Anreiz für die Leute, die, ähm, die eh hier sind. Willkommen zurück. Also, die hier sind, die gucken ja wahrscheinlich selten meinen Kram bei YouTube. Und dann können die das Ding halt am Stück gucken, das Gedönse. Rums. Ja, und haben vielleicht den Anreiz, dass sie vielleicht doch dafür einen Sub ausgeben wollen. Und wenn nicht, gucken sie es halt auf YouTube. Also, ist ja dann nichts verloren. Ist ja nur dieser eine Tag dann. Weil ich muss es ja sowieso aufnehmen und dann kann ich es auch streamen. Mach Patreon für mitgucken. Ist ja prinzipiell dann das, ne? Ah, OnlyFans-Streams. Die meisten wissen ja tatsächlich nicht, dass OnlyFans nicht nur 18-Plus-Kram ist, ja? Ich veröffentliche einfach die ganzen YouTube-Videos immer mit einem Versatz von wenigen Tagen bei, äh, bei OnlyFans. Klingt jetzt doof, aber ich habe mir tatsächlich überlegt, ähm, entweder bei Steady oder bei OnlyFans oder wo auch immer, ähm, wirklich einige exklusive Inhalte zu machen. Also Video-Inhalte meine ich jetzt. Damit meine ich jetzt auch kein 18-Plus-Kram, sondern, sondern das, was ich dir erzählt hatte, Bo, was ich gerne machen würden würde mit dem, mit dem Set da. Na ja, was heißt, dass ein Versuch ist's wert? Ich meine, es ist ja für mich so gesehen der gleiche Aufwand, ja? Ja, ich meine, Frage ist halt einfach, interessiert's irgendwen hinten raus? Das ist halt, ja. Mal gucken. Weil die meisten veröffentlichen das ja irgendwie direkt sowieso bei YouTube, was sie da so machen und, äh, da ist ja kein Anreiz da, das in irgendeiner Form irgendwie zu finanzieren oder so. Das soll ja der Sinn der Sache sein. Ich mir überlege, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich eine DVD-Box nehme. Ich meine, tut ja keinem weh, es kommt dann halt einfach ein paar Tage später bei YouTube. Gleicher Aufwand. Ähm. Oder so, I don't know. Ähm. Soll ich es sagen? Habe ich es vergessen. Achso, ja. Ne, ich meine, wenn ich mich jetzt da wirklich hinhocke und, und... ...reviewe da vielleicht irgendwas, was, ähm... ...wofür ich eine DVD-Box kaufen muss oder so, dann, ähm... ...bin ich relativ schnell pleite. Aber vielleicht... ...wir sind ja Leute an meinem... ...Review-Zeug oder so interessiert, dass sie sagen so, oh, dafür habe ich... ...5 Euro im Monat übrig oder so. Dann wäre ja schon bei 5 Leuten so eine halbe DVD-Box bezahlt. Oder fast eine ganze. Nur mal Beispiel. Und kann ich ja dann hinterher verlosen, weil ich... ...brauche sie ja dann nicht unbedingt. Ich meine, ich frage mich seit langer Zeit auch ein... ...was ich mit den... ...was ich mit den ganzen Puzzle mache, wenn ich irgendwann mal... ...irgendwann mal durch bin. Habe ich irgendwann so einen Stapel-Puzzle da liegen... ...und weiß nicht, wo ich mit denen anfangen soll. Ja, C-Rang, da sollten wir noch easy durchkommen. Guck mal hier, jetzt können wir hier... ...ja, 207. Wir haben einfach so viele FP-Trinks, ja. Können hier... ...die nächsten 4 Wochen durchstream. Das Schöne ist ja, Herr Stern... ...bei Fotopuzzle.de kann man also einiges machen lassen. Da habe ich doch meine Japan-Motive immerher. Mit Sicherheit gibt es da Möglichkeiten. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass dieser ganze Content-Kram... ...den ich da in meinem Kopf habe, der kommt halt, glaube ich... ...wirklich erst, wenn ich weiß, dass... ...wie es ab dem 24.8. weitergeht. Sobald ich das weiß, könnte es tatsächlich sein, dass ich dann mehr mache. Und ich habe mir sagen lassen von so vielen, dass gerade der Beginn der Hormon-Therapie... ...der ist holprig. Aber danach hat man so ein Glückseligkeitsgefühl... ...das vermutlich recht produktiv für mich wäre. Aber mal sehen. Ich würde jetzt gerne erstmal... Also folgender Plan ist... Ich würde jetzt gerne erstmal YouTube-technisch... ...würde ich jetzt gerne erstmal darauf hinarbeiten, dass im Oktober Project Zero rauskommt. Das heißt, ich habe effektiv noch... ...was habe ich ausgerechnet? Neun Wochen. Ja, in denen ich... ...Project Zero bei YouTube machen könnte. Könnte. Dann... ...Judgment. Wollte ich auf jeden Fall noch machen. Weil das kommt ja auch dann bald los. Judgment. Dass man da noch ein bisschen was hat. Von. Und... ...jo. Und ich wollte ja eigentlich noch was für Halloween vorbereiten. Sternchen, Halloween? Eigentlich wieder Phasmophobia? Oder streamst du einfach nur dein Gesicht? Dann hätte ich ja mal fragen dürfen. Ich kriege so viel Joules, ne? Aber ich denke zu einer Wahrscheinlichkeit von 92,6%. Puzzeln wir am Sonntag. Hm, hm, hm. Ey, ich wünsch dir echt, es gäbe bessere Lösungen für Tabletop Camps, ne? Als wie ich das da mache. Ich kann ja mal gucken, ob dieses lustige Kamerading, was mir Max irgendwann mal geschenkt hat, ja? Ob das irgendwas taugt. Sieht wahrscheinlich aber dann komisch aus. Hm. Mal sehen. Die. Die. Aber Sternchen, ganz ehrlich, übrigens, ja? Bevor du jetzt hier irgendwie Subbombs oder sowas raushaust, ja? Baller mir das lieber bei Paypal hin. Damit kann ich momentan mehr anfangen. Ja, bis die Auszahlungsgrenze hier erreicht ist, gehen wieder zwei Jahre um. Das lege ich auch euch anderen ans Herz. Ne, ist lieb gemeint. Ja, 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 ich hab, äh, hier, Dokumentenkameras heißen die Dinger. Ich, ich hab da einige gesehen bei Amazon, ja? Aber die, ähm, die, die, die haben so, die, die haben viel zu kurze Distanz. Die sind halt für, für so, für so Bücher oder sowas gemacht, ja? Aber ich brauch ja, ich brauch ein bisschen größere Fläche. Und ich hab irgendwie nach, ähm, nach Tischstativen geguckt. Also Tischstativen im Sinne von die, die du halt wie so ein Mikrofonstativ an den Tisch machen kannst oder so und dann so. Und, ähm, es gibt halt einfach keine, die lang genug sind, ja? Und ich möchte eigentlich nicht, dass vor mir dann so ein Stativ ist, was dann irgendwie so drüber guckt, ja? Ich hätte das halt schon gern irgendwie anders gelöst. Weißt du, dass ich es an die Seite vom Tisch machen kann und kann das dann irgendwie so drüber biegen oder so, aber wahrscheinlich komm ich da nicht rum. Aber die hab ich gesehen, die sind voll crazy auch von der Bildqualität her. Fand meine Lösung halt tatsächlich in dem Moment schön, weil einfach nichts Störendes im Bild war, aber... Es sei denn, die Decke mit Fernbedienung. Du würdest lachen? Ich hab schon drüber nachgedacht. Das Problem ist eher, dass, äh, an der Decke einfach nichts hält. Ich hoffe ja tatsächlich, meine neuen Vermieter würden einer Renovierung hier drin zustimmen, weil dann hätte ich auch wirklich gerne, dass die Decke rauskommt. Ja, dass man da halt, ähm... Ne? Bitte sagt mir, dass ihr das auch hört. Ja, also irgendwas, was halt, ne, was man halt nicht direkt im Kameraframe hat, sondern, ne, mit die schöne Hoverperspektive, die wir da hatten. Ja. Gut. Dann wisst ihr, dass sie hier das Haus abreißen. Ne, die, weißt du, hier, die... Die neuen Vermieter, die haben jetzt die, die machen hier drüben, lassen, lassen komplett in dem Haus die Fenster erneuern und so. Und, äh, deshalb hab ich Hoffnung, dass hier drin auch ein bisschen was passieren könnte. Wo? Ne, das playen wir. Das gucken wir uns jetzt an. Das Hüsin ist vielleicht ein bisschen kalt im Sommer. Äh, im Winter. Gut, dass ich eigentlich ursprünglich hier, äh, YouTube-Kram aufnehmen wollte. Und mich dagegen entschieden habe, weil ich nicht weiß, wie viel Krach sie machen. Oh, das ist jetzt bitter. Was bin ich? Warte mal, ich mach mal eben ganz kurz hier ein Filter drauf. Oh, da ist schon ein Noise-Gate. Ich seh dir mal, wie laut das ist. Warte, bin ich das? Muss man gerade ganz kurz checken. Test, test. Hm. Alter, ich müde mich jetzt gleich so lange. Also bei mir in OBS passt alles? Hm, ich mute mich mal so lange, ja? Informiert mal neue Menschen im Chat darüber, dass ich mich gerade mute aufgrund des Baulärms. Also nur, falls jemand fragt. Also, wenn ich mich gerade sehe, ist es nicht so lange, es sich nicht so lange, wenn ich mich einmal behoorde. Das war's für heute. Ich bin froh. Es wird immer lauter by the way, seid froh, dass ihr das nicht hört. Das war's für heute, wenn ihr euch seid, seid froh, seid froh, seid froh. Das ist gut. Pantimos! Ich habe übrigens keine Ahnung, was die da gerade am flexen sind, ja, falls es ein Stromkabel oder das Internet erwischt, war schön mit euch. Ich habe tatsächlich langsam wirklich Angst um mein Leben, ja. Eine erfrischende Stille, mal gucken wie lang es anhält. Nur Menschenknochen. Naja, irgendwann fällt hier einfach nur so die Wand um. Ja, so cartoon-esk, ja. Oder irgendwie jemand nimmt so einen Vorschlaghammer und schlägt ein Loch in die Wand. Hier kommt Johnny! Oh. Tee 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 tee. ein Remake von Shining wäre übrigens ultra geil also warum ist eigentlich Stephen Kings S der einzige Film, der irgendwie neu aufgelegt wird von Stephen King vom Gefühl her ja Langoliers Langoliers wäre geil gewesen doch mal ein Remake zu sehen aber Shining Shining ist eine Ikone nee, irgendwie nicht ich muss den Text später ändern aber ich kann mich gerade nicht in Nightbot einloggen oh Leute, ich glaube ich habe meine Content-Idee gefunden für Onlyfans Lehrfilm-Reviews dann kann ich endlich die Spieleverpackung in die Kamera halten und muss mir keine Gedanken machen dass ich irgendwas abkleben muss da sehe ich mich ja, den hottesten Cosplay-Lehrfilm-Kram abonniert mich Onlyfans.com Da gucken wir uns dann die SAIT-Reihe an und so nix da okay du hast kein Geld dafür ich habe den Drang nachzugucken Speedtest.net ja, dir glaube ich das dir glaube ich das dir glaube ich das direkt ah daher kommt das ich wunderte mich schon eine sagenhafte Download-Geschwindigkeit von 1,6 Mbit aber ich habe einen Upload von 60 geht was ich bin so froh ohne Witz ich bin wirklich so froh wenn ich dann wirklich bald die Kündigung raushauen kann bei denen schon überlegt ob ich nicht parallel einfach schon eine Telekom-Leitung dazu nehmen welche Cons das erklärt aber warum es im Spiel so lange lebt joo 2022 als ob keine Hoffnungen möchte ich mal haben also paar Events eventuell ja aber Großveranstaltung ja most likely jetzt habe ich schon fast 20.000 Herzchen wie für andere Dinge Ich habe gehört, Mel bräuchte mich in einem hübschen Kicking-Cosplay. Ich schweige wieder, bis der Baulärm weg ist. Ich schweige wieder, bis der Baulärm weg ist, bis der Baulärm weg ist. Ich habe irgendwie den Drang nachgucken zu gehen, was die da eigentlich machen. Ich schweige wieder, wenn ich was hier zu essen hätte, dann wäre das das Schweigen der Schlemmer. Ich schweige wieder, bis der Baulärm weg ist. Ich schweige wieder, bis der Baulärm weg ist. Ich schweige wieder, bis der Baulärm weg ist. Das war's für heute. Das war's für mich. Nini, schlemm mal im Sinne von Essen. Weißt du Bescheid, Schätzelein. Glebyn, Gevichel-OYO, das ist sicherlich. Das ist sicherlich. Passt du Kaffeil, Schätzelein, das ist wunderbar und zu den Befüren. Genau so, dass genau der Befüren. Echt, Lil Jungs oder Sprache zu eröffnen? Was ist entspannt? Das ist ein Anges der Befüren. Wir haben wieder ein Roulette. Ich versuche mal so lange. Die tauschen die komplette Eingangstür aus neben dem Wand. Deshalb ist das so laut. Das ist quasi genau direkt hinter dieser Wand. Also muss ich vielleicht doch nicht um mein Leben fürchten. Dann holen wir uns mal ab, was hier noch offen ist und dann... Also da hilft kein Noise Gate, das sag ich euch. Wenn ich sogar durch die komplette, volle Lautstärke durch meinen Kopfhörer... Oh cool, die haben das gefixt. Das ist, dass man die Erfahrungspunkte, also die FPS nicht verliert, wenn man Level Up hat. Da geht's um Kopfhörl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Krieg ich hier nur den ganzen nutzlosen Mist? Das ist halt total blöd, dass ihr dann nicht noch zwei Schritte geht, ne? Sondern, dass das komplette Roulette für ein Bobo ist, Mann. Oh, da sind Schlüssel, sweet baby, fünf trendy Tickets, oh boy, zwei Venus Tickets, ja, das kann ich vergessen, dass ich das kriege. Vielleicht habe ich doch ein bisschen Angst um mein Leben. Ein klein wenig. Was habe ich denn jetzt wieder für eine Mission gemacht? Ach, wahrscheinlich die zweite Lane beendet, ja. Aber, was ich gehört habe, halt entsprechend, dass die neuen Vermieter, die sind da, die sind anscheinend durchaus hinterher, dass das irgendwie, dass das alles irgendwie so ein bisschen erneuert wird. Also kann ich eigentlich nur auf Positives hoffen. Schön wäre das zumindest. Ja, eine neue Tür würde dem Ding hier auch gut tun. Dann zieht er es auch viel, viel besser an, ist so ein angenehmer. Nein, als Uraltäterin. Please don't break my heart, oh sweet baby. Uralt ist das alles hier drin. Ich brauche auch einfach endlich mal wieder eine Veranstaltung, wo ich mal meine ganzen Cosplays ausführen kann. Das nervt. Einfach zwei Wochen lang Bash machen, dann habe ich jeden Tag ein anderes Cosplay. Naja, man kann sie richtig schließen, ja. Man braucht aber da ein wenig Fingerspitzengefühl, dass sie halt zu bleibt. Ja, dann musst du sie ganz sachte ins Schloss reinschieben. Dann bleibt sie zu. Aber ja, generell wäre so eine hübsche Glastür, so eine Glasgeschäftstür oder so, wäre halt durchaus viel, viel besser. Es wäre viel, viel angenehmer. Genauso wie auch das eine zogige Fenster, ähm, mal abklären, ja. Und, ja, unter der Tür passt halt auch einfach, ja, ist einfach so viel Platz. Vielleicht habe ich da einfach schon Routine drin. Vielleicht habe ich da einfach schon Routine drin. Und, ja, unter der Tür passt, ja, ist einfach so Routine drin. Oh, die Downloadrate lutscht gerade ganz gewaltig böse. Ich würde ja am liebsten gerade gerne eigentlich eine kurze Pause machen und dann eben Internet neu starten. Das ist unerträglich gerade. Vielleicht machen wir das gleich eben. Pass auf, das repariert dann auch wieder die Alerts. Ja, dann machen wir das eben. Moment, wie lange sind wir denn live? Doch, schon zweieinhalb Stunden, das ja. Was auf, dann machen wir das mal eben. Leute, ich bin sofort wieder da, ja? So, ich hoffe mal, ich bin wieder da. Ich warte einfach mal auf Rückmeldung aus dem Chat. Ja, da bin ich wieder. So. Guck mal, wie schnell auf einmal das komplette Spiel reagiert, ja? Ja, Panic Basket ist hier nur wegen, wegen Dings. Wegen Bauerei, Baulärm. Banküberfall. Hi, Jim. Hello, hello. Könnte dich vielleicht interessieren. Am Sonntag, äh, ist die Wahrscheinlichkeit bei 92,6 Prozent, dass wir puzzeln. Pass auf, jetzt gehen die Alerts wieder. Das wäre ein Knaller. Okay, scheinbar nicht. Selber, du, 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 du. Ja. Und, und, und Jan spielt momentan dienstags immer Pokémon. Ich stehe mir gerade vor, Jakobs, wie priegelt der Busch und dann einmal mit der Hecke scher drüber. Oh, oh, oh. Allerdings spielt da momentan Pokémon Kristall. Ich weiß nicht, ob das in dein Gustav fällt. Oh, Leute, es geht wieder los. Ich mute niemals wieder. Okay. We don't need no education. Another brick in the wall. Das ist tatsächlich der standardmäßig geile Plan, Bo, weil, äh, deshalb passt es mir doch auch sehr gut, ja, dass das dann halt sonntags liegt, weil, ne, wegen, ne, weil es immer das Problem ist, dass wenn ich sonntags auffüllen muss, dass ich nicht mein standardmäßig sonntags Puzzle-Stream machen kann, weil wenn ich dann immer so gegen 13 Uhr da so anfange oder 14 Uhr, für vier Stunden lohnt sich das einfach nicht. Das lohnt sich dann einfach nicht. Also, weil ich dann halt die ganze Zeit hin und her umbauen muss, so rum halt, weißt du? Aber gut, dass du mich dran erinnerst, ja, das, äh, sollten wir berücksichtigen noch beim Eintragen, ganz vergessen. Was spiele ich dann denn Samstag? Mal gucken. Sunshine Samstag vielleicht? Eventuell? Das, also gesetzt des Falles, ich finde das Modul wieder von der Mario Collection. Ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie in einem Wutanfall einfach in seine Einzelteile aufgelöst habe, nachdem ich Mario 64 durch hatte. Boah, wisst ihr, was das heißt, wenn drüben eine neue Eingangstür gemacht ist? Keine Türenknallerei mehr, oh mein Gott. Hey, dann sollte ich wohl gucken, dass ich mir die Shines schon mal angucke für Samstag, wa? Weil ich mein, ne? ne? Also, umso schneller ist die Qual rum, wenn ich mich da direkt dran mache, ne? Ich meine, das war eigentlich das Schlimmste die ganze Zeit, ne? Du sitzt hier, ja, nimmst hier ganz gemütlich auf und, ähm, fängst dir nix dabei und dann rappelt da drüben die Tür wie bekloppt, weil dir die irgendwie zuschlagen müssen, als wär's ein Panzer und, ähm, dann musste ich immer gucken, dass ich die Stelle irgendwie kaschiert kriege in YouTube-Aufnahmen, das das war so brutal, deshalb hab ich dann irgendwann gesagt, so, ich nehm dann halt nachts auf, weil da war halt wirklich Ruhe, immer deshalb war mein, mein Schlaf Rhythmus halt auch total im Eimerbo erinnert sich Dobo und dann ich glaube ich brauche hübsche bunte haare und dann unseren katzen kopfhörer dann bin ich schon fast e-girl man tut ja was man kann ok warten sich dazu entschieden um gottes willen ich habe ganz vergessen dass es teilweise bei den events total egal ist was für eine was für eine attributsstärke man hat das wäre fast ein versuch wert tatsächlich aber war das ein gefubbel ja also werde ich wahrscheinlich die nächsten nächte dann also nach freitag dann wahrscheinlich die nächsten nächte dann wieder aufnehmen ganz praktisch dann traue ich mich nicht nach hause und nehme einfach die ganze nacht auf wegen project zero please don't break my heart oh sweet baby machste an sonntag eigentlich auch lang wieso frage ich eigentlich könnte ja nachgucken ach ja der cruiser aber der muss ja dann auch noch auf der muss ja dann auch noch auf den cloud server mit ssl und gedönse kann elie endlich vorbeikommen hier ja tatsächlich die üblichen üblichen 21 uhr stehen drin aber es wird eh bestimmt wieder vier uhr nach oder muss jetzt gucken ob ich überhaupt freitag dann kann weil die haben jetzt mein termin auf freitag verschoben und jetzt mal kurz nachgucken warenstreik jetzt bis 12 oder 13 bis freitag 13 8 um 2 uhr gehen das bedeutet freitags ist eigentlich ganz okay dann okay gut ich mache sonntag wie samstag weil mein review vermutlich danach kommt ach so ja okay ja 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 both ist uh nice i take both pliech Also ich will jetzt hier mindestens einmal das Event kurz durchgespielt haben, ja, und dann ein bisschen gerulettet haben. Ich muss mal gleich gucken, wie viele Einträge ich hier noch in die Datenbank machen muss. Und dann weiß ich ja, wie lange ich hier noch sitze. Moment. Oh. Oh, ich bin Momo und ich bin dead. Bist du jetzt Momo oder dead? Oder hast du dich verschrieben und du bist endlich Vater geworden? Wisst ihr Bescheid? Hey, ich muss mein Mikrofon endlich irgendwie wieder gescheit einstellen. Das ist ja brutal. So kann ich nicht streamen. Okay, wir sind ein bisschen weiter. Okay, wir sind ein bisschen weiter. Okay, wir sind ein bisschen weiter. Gut für dich, Outfit technisch, ja, Nurse Outfit. Ohohohoh Ohohoh Ohohoh Sie fallen der Qual Sie zwei haben scheinbar schon viel Spaß, ne? Ohohohoh Muss man ihn lassen Ohohoh Oh, wir haben hier ein Roulette gekriegt Müssen wir gleich mal gucken, was wir im Shop kaufen können Der Shop hat Dinge, die wir wollen, glaube ich Müsste auch bald mal was essen Wir haben einfach so viele FP, ja, die, die kann ich jetzt hier nicht einfach verschleißen Die kann ich nicht hier verschleißen lassen Auf jeden Fall, die FP machen wir noch leer Ohohoh Sein Ich meine, noch haben die zwei da Spaß. Das muss so. Es geht wieder los. Und wenn ich jetzt auch die Zaunen habe, die mir geht, dann geht es mir langsam. Das ist gut. Ich hab jetzt noch einen Hitschern. Ich bin jetzt schon ein Hitschern. Ich bin jetzt noch ein Hitschern. Ich bin jetzt noch ein Hitschern. Ich bin jetzt noch ein Hitschern. Das ist gut. Mittlerweile so viel Crystal Hearts, ne? Ich weiß bis heute nicht, wie ich das mache. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Achso, dann muss ich Dings installieren und so und das dann da durchpipen, ne? Aber wäre wahrscheinlich sinnvoll, ja? Ja, bitte. Let's do. Vielleicht würde das auch andere Aufnahmen durchaus gut machen. Ich habe bei solchen Filtern immer so die Angst, dass der mir wichtige Stimmnuancen rausfiltert. Aber können wir mal machen, ja? Sollten wir vor allen Dingen, glaube ich, auch machen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. so bestimmt ich wollte ja gucken wie viel datenbank einträge noch machen muss 572 ja gut wird wahrscheinlich heute nicht mehr alles aber aber machen wir mal noch ein bisschen ich hoffe ja dass momo das dann doch schafft in der stunde zu streamen dann hänge ich mich aber um 18 uhr hinten dran apropos um 18 uhr hinten dran hängen hier geht alles noch noch für einen moment verunsichert es ist gleich 15 uhr muss ich mich für einen Moment alleine lassen. Müssen ich mich ganz kurz was bei der Post abholen dann. Weil wenn ich hier fertig bin, haben die dann schon wieder zu. Ich glaube, hier nur ein paar Minütchen. Dann kann ich was zu futtern holen oder so. Oh. Mit einem Roulette. Dann spiele ich gerne noch mal den Ohrwurm in der Zeit. Okay, wartet. Dann mache ich jetzt ganz kurz ein Päuschen und hole das kurz ab und dann machen wir weiter. Ja, bis gleich. Da sind wir dann wieder. Ich weiß bis heute nicht, wer Sayuri ist. Aber hey. So. Da sind wir wieder. Alles abgeholt. Ich hätte mir ja auch eben ganz schnell noch eine Laugenstange holen können. Aber das wäre zu einfach. Ich habe mal die Gunst der Stunde genutzt, das Licht anzumachen, auch wenn es keinen großen Unterschied macht. Hi. Du, 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 du. Das wir hier mal wieder ein bisschen vorwärts kommen. Ich brauche auf jeden Fall wieder etwas, was ich glaube ich generell mal so nebenbei auch im Stream spielen kann. Und vielleicht ist dann so eine Welt, so eine Echo-Welt gar nicht mal so doof wieder nebenbei. Ja, ich meine kann Sternchen immer joinen, wenn er Zeit hat. Oder generell der eine oder andere darf dann joinen, wie er Zeit hat. Aber etwas, wo ich dran rumtüllen kann halt, ne? Ich meine, natürlich steht auch noch Idle Manager offen, das kann auch noch machen. Ich nehme mir das mal vor, das am Montag zu machen bei der Crew. Ich meine, wir warten ja immer noch sehnsüchtigst auf die Züge in Echo. Seit eigentlich dreieinhalb Jahren. Ja, Sternchen, ne? Wie lange baiten die uns jetzt schon mit den Zügen? Wirklich drei Jahre, oder? Drei Jahre, mindestens. Der Zug ist schon lange abgefahren, das glaube ich nämlich auch. Wir hassen uns einfach so sehr. Wenn die Trado-Server für Echo nicht einfach performance-mäßig so totale Grütze wären, weißt du? Ich bin ja, wir victim ja. Ja, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Und dann geht die Trado. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön reif hatte sie da. Ist nur drauf gewartet, dass sie nach vorne umkippt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Zache. Okay, fertig ist es. Oh? Wie sieht man sich an. Ich werde nie vergessen. Die Zache! 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 Ich glaube, das sollte jetzt gerade noch so klar gehen, ja, von den Punkten her. Ah, noch läuft's, noch läuft's. Ja, dann warten wir mal ab bis gleich, dann trage ich Genshin nach Momo ein. Dann kann dieser eine Troll wieder um die Kurve kommen und kann fragen, ob ich heute wieder ein Kleid trage, wenn er dann mal mich erwischt, ja, den richtigen Streamer. Kann ich sagen, nee, ich trage heute, ich trage heute wieder einen Rock. Ja, also wertetechnisch geht das noch, glaube ich, gerade gut so klar. Die nächste Stufe wird dann schwierig, weil wir haben ja kein Trend-Outfit. Und wir sollten gleich gucken, wie viele Roulettes wir jetzt wieder haben. Ich habe so das Gefühl, ja, dass so kreative Baugeschichten oder so. Die kommen irgendwie immer gut an. Warum also nicht Ecco? Ich meine, Ecco ist ja auch einfach nur das bessere Minecraft. Da müssen wir ehrlich sein. Haben wir mittlerweile schon unser Maximum überschritten da oben? Ah ja, okay, wir sind schon auf 190 runter. Ja, Staminamäßig wird es ein bisschen haarig da unten. Un, 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 un. Haben wir, nein, wir sind nicht drauf. Haben wir. Komm doch mal. Komm doch mal. Komm doch mal. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Du musst einmal oben auf das Menü gehen. Mit dem Schloss da. Und dann machst du mit Steuerung Klick. Ja. Ja. Kann es ja gleich zeigen. Ich habe nämlich auch gemacht vorhin. Ich bin hier. Ja. 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 Ah gut. Alles klar. Du kannst auch einfach den Button unten drücken. Aber wenn du mit Steuerung gedrückt hättest, siehst du ja, dass er automatisch aktiviert wird. Ich hatte nämlich auch noch mal meine Mario zum dritten Mal gezogen. Ja. 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 Und ich bin großartig der Hitzer zum Fall. Ja. Ich kann mich auf lifestyleier. Ich mache mich ngongen. Ja. Ja. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wo ist das denn? Boah Der Retweet von Mimi vor 4 Minuten, ne? Die Zeichnung von Chicano Hirsch, ne? Oh boy Oh boy Jetzt will ich eine Idol Eileen Feels Batman Fühlsbrot, Mann So, oh Gott, ja, bewerf mich mit mehr Mit mehr Drinks Da scheinen sehr viele VTuber zu sein Habe ich mir sagen lassen Mal schon 22.450 Also ich jetzt halt nicht Aber andere sollen das sein Habe ich mir sagen lassen Ich muss mir mal wirklich irgendwie hier feste Zeiten Irgendwie zurechtlegen Wann ich hier irgendwas mache Ja, streamtechnisch und so Dann habe ich da auch glaube ich Irgendwie so ein bisschen besser den Überblick Oho 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 Das war's für heute. Bafan schreibt über das nächste Mal Baten Kaitos 100%. Wie war das noch beim vorletzten Mal? Ich mach das nie wieder. Hat er sich ja gut dran gehalten, der gute Bafan. Er ist voll der Striegel-Bubi geworden, der Bafan. Speedrunner, die konsequent immer sagen, sie hören auf. Die machen dann doch noch 10 Jahre weiter. Ich bin mal gespannt, wann hier irgendwann mal Sakurion reinschneit, mit Wusa und so, damit ich ihm sagen kann, wird langsam Zeit, dass er die Location klar macht für das Speedrun-Event. Man liest ja so viel, dass Runner tatsächlich irgendwie Bock haben, mal ein gescheites Event zu machen, also zu haben. Da würde ich dann doch gerne schon ein bisschen mithelfen. Man ist ja noch zumindest ein klein wenig meine Qualität gewohnt. Please don't break my heart, oh sweet baby. I believe in you. Also nach dem Olympiastudio traue ich mir echt alles zu. Oder uns viel eher. Da gibt's kein Halten mehr. Da gibt's kein Halten mehr. So, jetzt haben wir das vierte Match noch. Ich glaube, sechste sind in jedem Links drin. Ja, außerdem muss ich hier unbedingt wieder Flutz und Jimby auf dem Sofa sitzen haben, ja. Es muss immer ein Event geben, ja, wo wir einen Flutz brauchen, der glücklich darüber ist, dass Out of Gas in Bund ist. Ohne das kann ich, ohne das geht ein Event einfach nicht. Da wird mit Jim sicherlich zustimmen, ja. Das sind Wolesome Moments. Ja. Ein glücklicher Flutz. Ja, dann haut Bo noch einen neuen WR bei Schlümpfe raus, ja, beim neuen Schlümpfe-Spiel und dann los geht's. Es wird ein richtig littes Event. Sag's euch. Für den Moment war ich mir unsicher, ob ich nicht eigentlich die ganze Zeit gemutet bin. Blood F is not hosting me. Er wollte mir nur mitteilen, dass ich, äh, dass, dass, äh, dass er nicht vergessen werden möchte, wenn ein Event stattfindet. Wir haben gerade über, über Dinge, die für ein Speedrun-Event wichtig sind, gesprochen. Und da hab ich gesagt, man braucht auf jeden Fall einen Flutz, der, der, der glücklich ist, weil, weil Out of Gas in Bunt ist und, 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 und dann macht Bo noch einen Schlümpfe-Run und dann, ne, und dann kam der Host und dann dachte ich so, oh, jetzt muss ich unbedingt gleich, äh, Ace Combat erwähnen, sonst bist du böse. Ja, Mensch, dann, äh, soviel dann zum fliegenden Wechsel, ne? Ja, Leute, dann machen wir hier noch ein bisschen so bis 18 Uhr oder so, wenn ihr es so lange aushaltet und spielen wir halt bei der Crew ein bisschen Genshin. Ich will ja auch irgendwann mal nach Inazuma mir sagen lassen, das ist ganz toll da. Hi, übrigens auch, Blood Dive, so. Ihr Mann, das kryptische Hä, ist auch ein Hallo, schöne Frau, wie geht es Ihnen? Hallo, Prinzessin. Äh, wann, egal, wo, äh, dort, wo es stattfindet. So weit sind wir noch nicht, Dive, so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir dann doch noch nicht. Ja, Momo, keine Kera-Kera-Eidels für dich heute. Da wird sich kuriert. Ich frage in Zukunft einfach so Wegwerf-Streams von mir ein, ja, die man dann einfach überschreiben kann. Weil ich habe immer das Gefühl, immer dann, sobald du die einträgst, geht's eh nicht. Das ist ultra-spontan, da klappt das immer. Vielleicht sollten wir daran arbeiten. Also, vielleicht sollten wir, was heißt daran, vielleicht sollten wir damit arbeiten. Ich habe das Gefühl, das ist da, das ist, das ist der, ne, das ist das Momentum, wie es funktioniert. Jetzt muss ich mir noch Mel irgendwann gekitzelt kriegen, dass die wieder macht und dann ist alles wieder gut. Könnte ja doch noch ein spannendes Match werden. Leute, ich sage es euch jetzt schon, ja. Weil dann ganz krasse Keking und, äh, und Lisa-Streams von, von Mel und Mia, ja. Als hätten wir in unserem Leben nichts anderes gemacht. Bei Keking wird das dann doch schon so ein bisschen schockierend. Genauso wie bei Lisa, weißt du, wegen, egal. Alte Gänchenwitze. Naja, was heißt, wenn alle schlafen? Aboe streamt auch teilweise, wenn alle gefühlt schon schlafen. Wenn du wüsstest, ja, wie viel von diesen, von diesen Pissnelken hier, ja, noch da sind, wenn, äh, wenn Bro aufhört, das ist faszinierend. Entschuldigung, da ist der Frosch ein bisschen in mir durchgekommen. Ja, außerdem, hier Resident Evil Streams, ja. Bei jedem einzelnen Stream bist du sofort nach den ersten zwei Minuten wieder wach. Das wird die Crew vielleicht doch irgendwann in Bo-Ailin Crew umnennen. Das zukunftsweisend ist, weiß ich auch nicht. Bewerbungen werden übrigens sehr gern angenommen, ja, ich hab immer noch auf meiner Warteliste noch hier Blood Dive, der, der dann Ace Combat spielt, ja, die nächsten vier Jahre. Ja, und ich habe das Gefühl, ich muss da bald drauf zurückgreifen. Ja, Sternchen mit Fire Emblem. Hä, was versteckst du dich jetzt? Ich dachte, du hast dich dafür gemeldet. Sternchen will ja nicht. Ja, Suchtprävention. 9, 4, 2, 3, 6, 3, mein Gott. Na, sonst muss ich hier wirklich Extended Puzzling irgendwie, also muss ich meine eigene Streams bei der Crew zeigen. Das aufzufüllen. So viele Sendungen kann ich gar nicht programmieren, äh, produzieren. Ich muss ja auch noch programmieren, so rum wollte ich das sagen. Okay. Ete te te te! Er muss dann doch einfach endlich mal diese 24-7-Geschichte im Zaun brechen und dann ist alles gerettet. Wait, man kann Madden NFL speedrunnen? Ja, ich weiß, man kann alles speedrunnen, aber was speedrunnt man denn bitte bei Madden NFL? Weiß nicht, auch einfach nur Matches Back-to-Back? Wahrscheinlich gibt es einen Story-Mode oder so. Du siehst mich skeptisch, dieser Aussage gegenüber. Die Matches werden jetzt schon knabber, Leute. Boah, ich muss jetzt diesen Text ändern, sonst krieg ich Stress-Puschel. Was ist denn bitte Trovo? Kann sich bei Nightbot mit Trovo einloggen. Franchise-Mode-Simulation. Eine Saison wird komplett simuliert. Circa 30 Sekunden. Oh, okay. Ähm, Commands, Custom. Wait. Ich hab hier einen Stats-Command. Oh, tatsächlich. Oh, da steht Chris. Ist falsch. Ich hab hier drauf. 있다 Pan Panda ist sicherlich. Ich hab hier aber drauf. Okay, das ist anscheinend in einem Timer drin. Ah, tatsächlich, hier. Edit. Jetzt stimmt das hoffentlich alles. Hat eigentlich jemand darauf geachtet, dass... Ich nehme an, Full Season ist dann halt so eine Art Story-Modus oder so. Also, ich habe... Weißt du, wie lange es her ist, dass ich Madden NFL zum letzten Mal gesehen habe? Ach, Story wäre eher Karriere, okay. Ich versuche gerade Momos das zwischendrin nachzuvollziehen. Habe ich schon wieder einen Satz angefangen, den ich nicht beendet habe? Passiert mir in letzter Zeit häufiger. Ich bin mir, glaube ich, vom Olympagram angewohnt, weil ich fünf Sachen gleichzeitig mache. Was ich ja eigentlich nicht mehr tun wollte. Sondern nur noch eine Sache gleichzeitig. Habe ich? Oh. Tut mir leid. Oh, gut! Kieße es Ich muss mir meine eigene VOD-Nummer angucken. Ich meine, die muss man wahrscheinlich alle gewinnen, wa? Ah, Edward mit den Scherenhänden. Ich stelle es mir immer noch vor, wie priegelt der Busch? Ja, der dann so ein bisschen gestutzt wird. Wait, wenn ich am Samstag streame, dann kann ich auch noch bis 21 Uhr streamen, ja? Weil ansonsten verpasse ich schon wieder eine Folge vor dem Jahr. Das geht nicht. Gar nicht geht das. Ich bin jetzt fertig. Wir verlieren gemütlich. Merkt ihr das? Vielleicht haben wir jetzt zu diesem Punkt erreicht. Wie sießen, ist egal. Sollte man genug gewinnen, dass man in den Play-Offs ein Spiel weniger bekommen würde. Das heißt, man bräuchte ja, also da braucht man ja bestimmt eine ziemlich schnieke Strategie, die Spiele dann irgendwie zu gewinnen. Stehen wir das bei Sportspielen komisch vor? Ach, keine Ahnung. Misaki! Ich bin nicht mehr. Ich muss es nicht mehr machen. Ich gehe jetzt an sechs. Untertitelung des ZDF, 2020 Hast du da schon einen Run bei speedrun.com eingereicht? Das würde ich mir echt, glaube ich, gerne mal angucken. Was reinem Interesse. Was ist das? Ja, gerade so gewonnen, ne? Oh, eine Lodder streamt. Ja, mehr, mehr FP-Drinks, her damit. Nimm ich alles. Schafft man das A-Final? Das ist jetzt die Frage. Ah, jetzt fangen die wieder an. Wir hätten jetzt einen höheren Tech-Wert, aber der Pow-Wert ist halt natürlich schwer für einen Bobo. Ja, probieren wir es mal. Please don't break my heart, oh sweet baby. Ja, klar. Gern. Wie gesagt, also ich würde mich schon mal interessieren, wie man das macht. Ja komm, wir probieren mal das Final noch durchzudrücken. Die Finalspiele sind ja immer ein bisschen... Ziemlich selbstmörderisches Incentive mit drin. Ist das legal auf Twitch? Frag für eine Freundin. Ne, 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 ne. Habe ich nicht so aufgefasst? Ich habe... Außerdem habe ich gefragt. Außerdem habe ich gefragt. Mute mich mal wieder, bis die fertig gebohrt haben. Mute mich mal wieder. Was ist das? Und ich sitze praktisch direkt hinter der Wand, wo die Tür dran ist. Ich habe zeitweise Angst um mein Leben oder dass irgendwie so ein Loch durch die Wand kommt gleich mit so einem Vorschlag. Hier kommt Johnny! Ursprünglich wollte ich gar nicht streamen. Ich wollte Aufnahmen für YouTube machen. Und gut, dass ich es nicht getan habe, das hätte ich wahrscheinlich wieder nicht aus der Voice-Spur rausgekriegt und hätte es nochmal machen müssen. Das hätte ich einmal bei Yakuza Like a Dragon. Deshalb gibt es auch keine Nachwurf-Episoden, weil ich so schlau war, es abzuspeichern. Und jetzt kann ich einige Sachen nicht mehr machen. Und ich müsste wieder von ganz weit vorher dahin spielen und das ist einfach kacke. Deshalb gab es da einfach bisher keine Nachwurf-Episoden. Ich hoffe also schwer darauf, dass... Mir das bei Project Zero nicht passiert, aber die werde ich wahrscheinlich auch nachts aufnehmen. Dann habe ich das Problem nicht. Obwohl, ich habe da noch nachts keine Tür geballert neben dem Mann. Habe ich jetzt vermutlich hoffentlich auch eh nicht mehr. Aber ja. Ja, sag am besten Bescheid. Ich weiß ja nicht. Ich sehe ja von hinten nichts. Ihr habt zwar schon hier schön die Twintails außen, aber... Ja, mein hinteres Auge ist noch nicht so strong. Außerdem trage ich ja Kontaktlinsen. Ja, das... Ist ja nur annähernd meine Stärke. Du, 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 du... 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 Also hätte ich jetzt das Spiel, ja, könnte ich einfach das, äh... Das Kidamiki-Spiel spielen. Beziehungsweise das Miracle-Tunes-Spiel. Aber noch haben wir hier ja Punkte, ne? Und wir haben wieder ein Roulette gekriegt. Für mehr Katschmi-Katschmi. Und für mehr Dake-Shimete. Neun Sachen bei der Post. Also stimmt, ja, ich wollte nach dem Incentive fragen, ja. Ich dachte aber, das würdest du mir eh nicht erzählen. Wenn es um X, Y, Z erreicht würde... Mach ich den Mann in Full Gear... Das hast du aber hoffentlich nicht zu hoch angesetzt. Bewegungsfreiheit? Wahrscheinlich hast du... Hast du wahrscheinlich genauso viel Bewegungsfreiheit, wie ich in meinem Barbara-Cospect. Weiß ich nicht, ja. Vielleicht... Will man da ja... Will man das vorher einfach droppen, weißt du? Ich meine, ich erzähle es jetzt keinem weiter oder so, aber... Die Idee finde ich cool. Ich finde die Idee cool. Bo, kannst du beim nächsten, ähm... Beim nächsten Marathon-Gedönse-Event eventuell einreichen, dass du... Dass du eine Papa-Schlumpf-Mütze und so tragen musst und man dein Bart weiß färbt? War ein bisschen wundersam übrigens, dass du bei der Doku-Me irgendwie run-technisch nicht vertreten warst. Das war total ungewohnt. Oder konntest du einfach nicht? Wenn wir... Wenn wir unser Event planen... Wurde nicht angenommen. Was? Allergut. Oh, oh, das... Leute, es geht schief. Oh, Leute, es geht schief. Eigentlich müsste ich jetzt hier gucken, ob ich welche habe mit High-Stamina. Was auch wiederum nix bringt, wahrscheinlich. Oh, shit. Ich hab dich auf jeden Fall auf dem Radar für... für... für unser Event, was wir da planen. Kann ich aber noch nicht so viel dazu sagen, momentan. Hä, was ist das Ace Combat, man? Was soll das denn? Also, diese Doku-Me hätte es mir relativ einfach gemacht. Ich hätte relativ wenig Einspieler produzieren müssen. Viel konnte ich ja nicht gucken. Ich wollte in die VODs reinklicken, dann stand, dass sie blockiert sind. Oder in meinem Land nicht verfügbar. Aber wie gesagt, ich denke an dich, ne? Also... Es wird verharmen. Wie ist denn die... Wie ist denn die Armbewegungsfreiheit in dem Ding? In dem Zeug? Das ist doch eigentlich die wichtigere Frage. Ja, aber ich halte mich mal auf dem Laufenden. Ähm... Wie es event-technisch dann bei uns steht. Warte da noch auf ein paar Ok's von einigen Stellen. Und dann... Ist da eine... Ist da eine verwende Welle... Äh... Was am Start. Und man muss noch abwarten, wie sich Koroni entwickelt. Weil wenn wollen wir das schon... Da soll schon Publikum da sein. Sonst lohnt sich das nicht. Bescheides Speedrun-Event kann halt nicht jeder planen. Wir verlieren. Wir verlieren. Aber wir haben den höheren Stamina-Wert. Huhuhu. Schulterpads werden können, aber die Arme müssen im Spiel ja komplett frei sein zum Fangen und Werfen. Na, weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie man so... Ne? Aber ja. Oh, das hast du ja dann gar nicht mitgekriegt, ja. Wir haben uns... Wir haben eine Begeisterung gefunden für Rugby. Wo wir gerade über Madden reden. Ich weiß, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber... Wir haben anscheinend eine Begeisterung... Team intern entwickelt für Rugby. Olympia hat uns verdorben. Aber es wäre interessant. Also, ein interessantes Experiment. Blöd für dich? Lustig für uns. Für uns schweren Jungs. Ach, komm. Ja, ich weiß. Ich sollte meinen Mund nicht zu voll nehmen. Ich sage auch die ganze Zeit, ich bin dick. Irgendjubbi, Barbara und so. Sollte also ganz still sein. Schau mal. Weibliche Form ist es nicht. Ja. Auch. Also es ist nicht dick, aber auch nicht dünn. So. Du bist einfach ein Mann. Ja. Bist einfach ein Mann. Da braucht man nichts... Da braucht man sonst nichts zu sagen. Du bist einfach ein Mann. Punkt. Wie sagte Arnold Schwarzenegger mal, auch Kleiderschränke sind gute Männer. Ja, perfekt nicht, aber... Mal sehen, was da noch kommt, ja. Das Gefühl wird ja immer besser. Ich störe und tut es mich trotzdem. Was denn? Auf dem Kleiderschrank ist ein Mann. Huch! Leute, die Dinger gehen wieder. Nein, danke dir. Danke dir dafür. Vielen Dank. Updatet der das jetzt? Guck mal, Dive hat es repariert. Dive hat es repariert. Ja. Nur noch zwei Jahre bis zur Auszahlungsgrenze. Dankeschön. Das hilft übrigens wirklich sehr. Die Behandlungen sind halt durchaus sehr kostenintensiv. Das nervt. Ich bin als Servicetechner Hände draufgelegt und es läuft. Ja, ihr merkt schon, ja. Werde ich die gleich fragen sollen. Oh, guck mal, nur A-Rang. Aber immerhin geschafft. Ich sag's nur. Ich hab Sternchen vorhin auch schon den pädagogischen Zeigefinger angehoben. Hab gesagt, nein, mach nicht Subbomb. Wenn dann, wenn dann irgendwie benutzt den Paypal-Link oder so. Weil dann hab ich da momentan mehr von. Mit mehr von meine ich halt tatsächlich, dass momentan eigentlich gefühlt jeder Cent, den ich zusammenkratzen kann, in die Behandlung fließt. Damit das einfach weg ist. Was hab ich erzählt? Ja, genau. Irgendwie ist so teamintern durch Olympia ist irgendwie Rugby so voll das Ding geworden bei uns. Also jetzt nicht selber spielen oder so, aber irgendwie war die Faszination sehr hoch. War ein interessanter Sport zum Angucken. Es wirkt, als wäre es einfach total egal, ja. Was sie beim Rugby machen. Ist einfach nix faul. Oh. Oh, Funfact, ja, neulich haben wir ja noch drüber unterhalten. Wie wird man eigentlich Sportkommentator und so im Gedönse, ne? Weil wir hatten ja ganz viel Spaß beim Olympia-Studio mit hier Sportarten kommentieren und so, weil wir haben uns ja alle Medaillen-Highlights und so angeguckt, ja, von Japan und Deutschland. Und, ähm, ich bin dann ins Grübeln gekommen, ja. Man bewirbt sich ja da nicht einfach drauf. Und Castings gibt's da ja scheinbar auch nicht. Zumindest hat man nichts davon gelesen irgendwo. Und das würde mich halt echt mal interessieren, weil ich hab mich dann doch bei Olympia bei so einigen Sachen relativ wohl gefühlt. Ich mein, Alex kommentiert ja auch Wrestling, ja, also hier der Mr. Soko. Und, ähm, ich hab ihn eigentlich nie gefragt, wie er dazu kam. Ich glaub einfach nur, weil er halt mal Caster war oder so. Wie geht's spät, das Spezialmöbo heute, wie wird man Sportkommentator, ja. Wie geht Sportkommentator wäre, glaub ich, auch nicht die schlechteste Überschrift gewesen. Ja, ich, ich, ich möcht's euch nur nochmal mitteilen. Es ist alles noch online unter olympia.baka-crew.de. Wir brauchen jemanden, der wenig zu den Dämmen von Bulldogs sein kann. Ich hab wohl einfach das Regelwerk erklärt. Nein! Ich wollt klicken. Nee, nee, Mr. Soko, der, der Kommentator. Mit Wrestling kenn ich mich gar nicht aus. Aber ich hab das Gefühl, ich kenn mich jetzt relativ gut mit Judo aus. Hey, das war wirklich ultra cool, ja, diese Olympia-Sachen zu machen. Ich würd's ja was gern beruflich machen. Wenn ich schon nichts irgendwie mit Fernsehen oder so machen kann, also sowas würd ich schon gern beruflich machen. Kann mal jemand Alex anpicken und sagen, er soll seinen Hintern hier in den Chat bewegen? Da ist jemand, der sich auskennt. Ja, aber ich muss ihn, glaub ich, mal echt fragen, ob er, ob er weiß, wie man da reinrutscht. Ja, ich mein, man bewirbt sich ja nicht auf sowas. Man wird ja auch nicht einfach so, der nächste Bela Reti oder, ähm, hier, wer ist er noch? Uschmann. Steht schon 3-2, das find ich nicht gut. Du meinst, ringen? Wahrscheinlich. Mit dem, mit dem Drehen. Aber ja, das war relativ schnell rum. Also ein paar Sportarten, da hätte ich tatsächlich wirklich Lust, das, äh, das zu kommentieren. Ja, klettern, klettern, hätte ich total Bock drauf. Klettern, Judo, ähm. Ich hab mit Rugby auch nix am Hut, tatsächlich. Ist nur meine, ähm, meine Faszination durch Olympia. Ich muss mir tatsächlich unsere eigenen Folgen nochmal in Ruhe angucken, weil, ähm, ich hab die halt selber nie gesehen, weil für mich die Tonabmischung ja ganz anders war. Ja, ich hab nicht mitbekommen, wie das mit den Einspielern war. Ich hab nicht mitbekommen, ähm, wie das dann in der Komposition klang und so. Ich hab die Folgen zwar hinterher kurz ein bisschen zusammengeschnitten und so, aber... Ich kann das nicht beurteilen, ob das eigentlich gut war, was wir da gemacht haben. Ich fand das, ich fand das cool, als wir so richtig deep drin waren, da, ähm, fand ich unser Commentary eigentlich ganz geil. Jetzt muss ich tatsächlich gleich selber nochmal nachgucken, ja, was da alles... Was da alles war, damit ich mich dran erinnere, was ich eigentlich ganz cool fand. Wie war'n wir denn? Immer 16.05 Uhr. Ich bin schon vier Stunden am Streamen. What the heck? Zeit vergeht so schnell. Ich bin schon vier Stunden am Streamen. Äh, dann, äh, pass auf dich auf, ja, äh, slide nicht zu fest ins Real Life. Und, äh, danke für deine Aufmerksamkeit. Dankeschön. Na, ich werd' dich wissen lassen, wie's eventtechnisch läuft. Okay, fünf... Oha, sechs Stamina. Das sind meine besten Stamina, Leute. Oh, shit. Ich täckel nichts, leiden bringt mir nichts. Ja, okay, gut, dann... Immer dran denken, ja, den Reisepass dann parat zu haben, ja. Sonst wär' das nicht ganz so pestlich. Pfff... Uuuuuh... Ja, ich glaub', da kommen wir nicht mit an, ne? Hä, was uff's denn jetzt so? Pfff... Mann, ich hab', glaub' ich, glaub' ich, ich hab', glaub' ich, keine guten Werte, nur mit, mit Pau und... Ne, mein höchstes ist 5000. Ist zum Scheitern verurteilt, Leute. Ja, ich glaube, dagegen kommen wir nicht an. Ohne die Sonderoutfits. Hats! E... 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 ... Mouw... ... ... B... ... ... Anegaishimasu! ich bin beim mail mit drin im discord meinst du ja 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 mach mal bitte sehr gerne komm gut heim muss ja auch mal gucken dass ich bald mal eins aufmacher das gibt mir alles ein bisschen um keks hier 350 milliarden notifications über der crew fliegen und so mag ich irgendwie nicht mehr so mach ich dann mal in dem zug wenn das mit den emos mal vorwärts geht ja habe ich hoffnung momentan läuft es ja noch ganz gut 3 0 für uns auch nur weil ihr skill hier gekickt hat klar verlieren wir das jetzt trotz burst das wäre spannend dann machen wir jetzt noch die punkte leer dann dann mache ich schluss dann bereite ich mich schon mal für das crew stream vorgleichen spielen wir ein bisschen genshin ok eigentlich wollte ich heute heute crew vds hochladen aber irgendwie das gefühl ich bin beschäftigt heute und dann seid ihr zumindest heute nicht so streamlos bei der crew ja doch schön so jetzt holen wir das aber heim vor allem habe ich dann gleich zeit mal eben mit meinem mikrofon rum zu dingeln damit ich das gescheit eingepegelt bekomme ja 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 Das war's für heute. Vielleicht nehmen wir da doch den Gewinn mit nach Hause. Ich werde gleich mal gucken, dass ich ein paar Bikinis upgrade, weiß ich nicht, dass es viel ausmachen würde, aber... Und ich müsste mich mal mit den Skills beschäftigen. Läuft bei mir. Ich bräuchte, glaube ich, echt hier so für den Bereich hier ein Ringlicht, aber ich streame hier ja so selten. So, das war auch das Letzte, was ich machen konnte. Haben wir noch zwölf. So, dann gehen wir Gacha gucken. Lass uns Gacha gucken. 26 Venus Gacha Tickets. Ja, nun ja. Guck mal, da habe ich jetzt schon wieder acht. Dann können wir jetzt nochmal drei mal probieren. Ja, so einen flachen Bauch brauche ich, dann kann ich sowas tragen. Ja, natürlich alles Paid Gachas, ja. Ganz klar. Oh, mir fehlen noch genau 50, dann habe ich 25.000, und dann könnte ich mehr Dinge tun. Wisst ihr was? Warte mal die sechs Tickets hier raus. Guck mal, was passiert. Hm. Warum fragt es nach Confirmation? Aha, deshalb. Als hätten wir sie noch nie in diesem Outfit gesehen. Okay, dann gehen wir Rouletten. So, mal sehen, wie viele Roulettes haben wir denn? Fünf Stück? Die Tickets wären schön. Ist aber wahrscheinlich wieder Hoffnung, äh, hier, Wunsch, Wunsch, Vater des Gedanken, oder so. Oh, ich kriege den Key. Ich weiß nicht mehr, was ich damit möchte. Key to the heart. Der Item approves the girls' closeness. Oh, okay. Okay. Oh, Knolz. Wäre cool, wenn ich damit die drei schaffen würde. Zwei oder eine drei wäre cool. Ist der Moment, wo ich jetzt die sechs kriege? Hm, oder so. Hey, man, zwei Venus-Tickets. Ja, jetzt kannst du es auch voll machen. Jetzt kannst du ja auch komplett rüber gehen, oder? Eine Eins würfeln. Ist das ja Coupon? Oh, wir müssen mal gucken, ob wir Coupons umtauschen können. Bitte da? Da, mi, mach da. Mi, mach da. So, Kurs Nummer vier. Mi, deta? Hm, keine Ahnung. Hey, 25.500. Ey, 25.050. So. Oh, sweet baby. Äh, Shop. War das, glaube ich, immer, ne? Live in you. Mi, sag hier, was geht. Irgendwo konnte man die Karten umtauschen. Um Gottes Willen, man kann für 500 kann man Roulettes kaufen. Der andere Kram nur mit Paid. Ja, V-Stones sind eigentlich für V-Tuber gemacht. Hier ist es R-Ticket. Wir haben sogar Achte. Wir brauchen, um eins umzudingseln. Ach, nee, halt. Wir brauchen acht und wir haben drei. Okay. Sweet baby. I believe in you. I believe in you. Electrifying deco pen. Mhm. Mhm. Stimmt, man kann die ganzen SRs mit wegen Coins weggeben. Ich könnte kurz noch einen 100er auffüllen oder so. Was ist denn Chip-Exchange? Achso, wegen Casino. Ja, mal Outfits gucken. Upgrade. Die hätte ich ja gar nicht geupgradet. Die Venus-Valkyrie-Outfits. Das ist Technik minus 40%. was was in I believe in you Das nehme ich. Ist halt ein Tech-Bikini, aber... Oh boy! Please don't break my heart, oh sweet baby. Der ist auch schwer imbar. Der ist halt... Der ist halt richtig brutal, hey. Der ist halt richtig brutal, hey. Der ist halt richtig brutal. 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 Oh, ich müsste die ganzen Outfits leveln. Huch. Huge success. Ja, das bringt mir jetzt sehr viel. Ach Gott, ich habe das Goldfisch-Outfit. Das hat er auch 80. Du, 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 du. Das ist auch gar nicht mal so uninteressant, ne? 174. Uff. Na, der Goldfisch hat Killer-Spike. So oder so wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich das alles irgendwie rein investieren muss. Also, ich muss es auch jetzt machen. Oh, das hat auch Killer-Spike das Outfit. I believe in you. Das ist schon alles anspruchsvoll hier. Oh, die muss ich noch zusammenführen. Das sind ein paar Sachen, die wir noch zusammenfassen können, ne? Don't break my heart, oh sweet baby. Das habe ich gerade noch gesehen, das da. Ist eigentlich ganz praktisch, dass das hier geht. Oh, das ist auch schon Level 3 dann. Und das da, mit dem da. Das ist da mit der Consumption, minus 45%. Chance von 1 zu 5. Sonst müsste ich alle haben, ne? Wait, den Atelier Ryza bikini? An den erinnere ich mich gar nicht mehr. Please don't break my heart, oh sweet baby. Was waren denn die Cheering Boards? Ich habe vergessen, was die Cheering Boards sind. WDRher fella draußen. Schmer덜� hist!!! Ja, ich hab noch nie dran. Na, ich hab noch nie Bin. Wenn noch fast die CHech, Adwennnce bliebiliP! Das war's für heute. Das war's für heute. Gegebenenfalls kann ich mir morgen noch ein bisschen Zeit nehmen oder ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich höre dir die Musik nicht mehr. Ich weiß bestimmt wieder gleich wie zum Endgame. Ich hab' meinen Geburtstag verpasst. Ja, in-game. Ja, ich würde ja fast sagen, tatsächlich... Wir könnten ja gleich mal gucken, wer da ist. Lotta spielt Spirit Tracks. Ich aktualisiere mal. Vielleicht ist da ja noch jemand dazugekommen, dem man hinreden könnte. Weil wir sehen uns ja dann eh in circa eineinhalb Stunden wieder bei der Crew. Das ist nur die Lotta. Oder ich hab' jemanden gerade nicht auf dem Schirm. Also wir gucken mal. Wo streamt ja nicht. Tatsächlich sind nur Le Grand Grand und Lotta am Start gerade. Und RTA in Japan. Und RTA in Japan. Bei GronkTV läuft gerade Minecraft! Ja, ich schick' euch mal zu Lotta, glaub' ich. So. Äh, ja. Wir sehen uns dann wahrscheinlich höchst... Ja, höchstwahrscheinlich. Gleich um 18 Uhr dann bei der Crew mit Genshin. Ich trage das mal eben gleich ein. Und dann... Ne? Gucken wir mal, wie es hier dann weitergeht. Ich versuche mich wieder... Versuche mich wieder hier mehr... Ähm... Ist das was Neues? Weiß ich nicht. Ähm... Ich versuche mich wieder ein bisschen mehr hier zu bemühen. Aber, ne? Momentan... Ja, aber momentan ist halt alles ein bisschen schwierig, weil... meine Ängste wieder kicken und so. Ihr wisst schon. Jo. Äh, dann... Dann... Schick' ich euch jetzt mal irgendwie in den Endscreen und dann zu Lotta. Ja? Und... Nicht vergessen, der Rasta hat Soul. Und... Bis dahin und so. Bis... Also, ne? Bis in eine Stunde circa. Bei der Crew. Gucken sie da rein. Tschüssi! 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 Menkliber, die... Ja. ый cameras, der Trähtsailbot. Sehen, kann ich nicht einfach in Ordnung讓 ihn weiterlautennen. Gott! die zиюnden, inclined mit konzent Slacker und